So, da sind wir. Ich hoffe, ne, warte mal, ich höre mich noch nicht. So, jetzt hört er mich, glaube ich. Da sind wir. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Ihr habt noch ein Spaß mit, das ändert sich gleich. Denn wir starten jetzt erstmal Fishing Planet. Und mit dabei ist heute der Tim, der ist auch ins Finale geschafft. Halbfinale, Halbfinale. Ich mache uns schon wieder größer als wir sind, Tim. Hallo zusammen. So, müssen wir kurz in den Chat schreiben, ob ihr was hört. Erstmal sehen Sie jetzt, wie schön mein kompletten OBS ist abgeschmiert. Ah, da ist es. Fishing Planet. Sehr gut. Wie ist das neue TS-Passwort? Ja, da fragen Sie zu Recht. Vielen Dank, Donald, für dein Follow. Alles super, Engelstimme. Jawohl, Miguel. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier was ordentlich abreißen. Hi, Alex. Aber immer noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ein bisschen haben wir noch. Noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Acht Minuten. Ach, bin schon ganz aufgeregt. So schlimm wird es doch nicht. Ah, jetzt kommen wir mal ins Spiel rein. Hab schon gedacht, hier. Hallo, Kenworth D. Freihirsch, guten Abend. Auch wieder dabei. Mein Gott. Freunde, im Titel steht Giveaway. Ich sag schon mal direkt vorne weg, ich werde im Tunnel selber kein Giveaway machen. Ich werde das danach machen, weil ich ja nicht immer eine Zeit verschwenden möchte, logischerweise. Jetzt halt machen wir alles danach. Snake, Alex und Patrick's Playtime. Vielen Dank für eure Follows. Und wir werden die gleich ordentlich aufräumen. Dann auf jeden Fall. Eine Flinte, jawohl, Twix. Die hab ich mit. Da kann nichts passieren. Und wenn der Tim mit den Fisch alle wegfängt, dann werde ich die Flinte andersweitig benutzen. Ich kann schnell laufen. Einmal mit Serum. Ja. Das wäre eigentlich lustig, wenn die da am, 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 im Tunnel sieht man sich nicht, ne? Schon bevor wir das sehen und wir würden die ganze Zeit im Kreis um den See rumlaufen und die Schäne alle. Das wäre viel lustiger. Scheiß auf das Turnier. Mir könntest du schon mal das, ne, oder? Ja, komm. Jetzt habt ihr jetzt, eine Sekunde habt ihr jetzt mein Setup gesehen. Das muss reichen. Also, mehr Informationen gibt's nicht. Moin Ken. Ken ist eigentlich auch im Halbfinale? Namen Schneekopf. Ne, wo die Teilnehmer nehmen, ne, wa? Ne. Ne. Nirgendwo. Haben gerettet, ja. Ach, Ken ist auch dabei. Ja, dann, äh, viel Glück, Ken. Wir sehen uns auf Platz 60. Wenn man das überlegt, eigentlich ist das gar nicht so, so krass. Man muss nur ins obere Drittel kommen. Ja, eigentlich ist das machbar. Eigentlich schon, aber, weiß nicht. Bin noch nicht so überzeugt von den Welsen. Ah, die beißen viel besser als sonst. Hoffen wir. Ja, schlecht beißen nicht, aber ich fange halt die in Uni, ne? Das ist das Problem. Ja, danke, Miguel. Jo, vielen Dank. Und auch vielen Dank an Schneekopf für dein Follow. Was hab ich denn hier eingestellt? Warte mal, ich stell erst mal um. Erst mal auf Flachkopf. Warte, erst halb vier Stunden geht da eh wieder nix, ne? Ist ja tote Hose. Ja, kann man was Karten spielen in der Zeit. Ja. So Teamspeakarten, sagst du? Ja. Wir sagen uns was wir haben und dann an unser Glauben. Ihr seht schon mal eine geilen Waffe hier, Freunde, den Frosch. Ja, ich vertraue voll auf den Frosch, weil der ist, äh, der Geheimtipp. Ich sag es euch. Jetzt hab ich das direkt am Anfang gedroppt, jetzt werden alle mit dem Frosch aggeln. Ja. Hoffentlich geht der nicht. Gleich schmiert mir so zufällig der Stream ab, dann wechsel ich auch mal an der Köder. Ja. Und dann fangen wir sie alle auf die für gar nix. Man geht halt nicht mal los. So hier stehen. Vier Minuten noch. Noch vier Minuten, Freunde. Danke an Ken für dein Follow. Jetzt kommen erstmal die ganzen Fishing-Planet-Leute, die ihr followen. Sonst immer nur diese Hunter-Leute. Ja. Ja, weil du ja noch nie gestreamt hast. Nein, Fishing-Planet noch nicht. Noch kein Fishing-Planet. Aber hat sich auch nicht gelohnt, da war ja nie was. Ja. Wenn du das schon so, sonst den Willen an Tapoon angelst, da schierst du drei Stunden und fängst nix. Ja, das ist langweilig. Immer noch vier Minuten, das geht gar nicht um. Naja, die Zeit steht. Freunde, erzählt doch mal, wie ihr so eure Wälse fangt. Vielleicht können wir uns da noch ein paar Insider-Infos holen. Jetzt kommen bestimmt so Köder wie Mückenlaffen und so, weil ich sehe da nicht. Ich habe mich heute beim Wettbewerb angemeldet, bis Level 24. Jetzt bin ich aber Level 25. Kann ich da noch mitmachen? Ich würde es ehrlich gesagt nicht machen, weil die da mal gemeckert haben. Es geht, aber ich würde es nicht machen. Mit der Hand, Nudling. Ja, Nudling können wir auch mal machen. Großer Schnittkünder läuft auch immer. Miguel ist ein Experte, wir sehen das schon. Ich habe gedacht, ihr habt noch so einen Geheimspot hier, den ihr mir verraten könnt, Jungs. Eben, wo man nur Trophies und Unix fängt. Ja. Weil meinst du, die gucken, wenn wir da zehn Unis rausziehen? Dann sehe ich schon den Forum-Post. Pantoffel and Tim are hacking. Ja. Brauchen wir Finale nicht mitmachen. Umso besser. Freunde, auf jeden Fall kündige ich euch schon mal an. Morgen auf jeden Fall auch streamen, ne? Entweder wieder um 18.50 Uhr, wenn wir ins Finale kommen. Oder um 20 Uhr streamen ich. Wenn ich nicht ins Finale komme. Schau mal direkt hier gedroppt. Ja, man. Von 18.50 Uhr. Da spielt Gladbach schon wieder, wa? Scheiße. Woll ich nicht. Was ist mit der Kotzfrucht? Ich weiß nicht, was mit der Kotzfrucht ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der ist gerade in seiner Bachelorarbeit drin. Der ist wie von der Erdboden verschwunden ist da. Bisschen im Stress der Gute. So, noch knapp zwei Minuten. Moin Moas. Der Gewinner des zweiten Qualifikationsturniers. Glaube ich. Am Ende auch noch. In Neuron River, ja. Da, wo ich die ganzen Tipps vom Tim eingesammelt habe und ihn dann habe sitzen lassen. Ja. Aber ich habe es ja dann in Michigan gemacht. Eben, zum Glück. Das hätte ich mich richtig schlecht gefühlt. Ganz schlecht lügen. Guten Abend, Sinto und Georg. Guten Abend. Sinto ist schon da zu Ende gejagt. Sinto ist da auch im Halbfinale. Jo. Jetzt würde er sich hier alles abgucken. Ja. Aber bei mir gibt es nichts zu gucken. Guten Abend, Sneezy. Und vielen Dank. Wir werden da Beste draus machen. Ready, Set, Go würde ich sagen. Noch 45 Sekunden bei mir. Bei mir noch 36. What? Ja. Das ist der Betrug. Ich darf wieder später anfangen als alle anderen. Alle fangen schon den ersten Fisch und ich habe nur gar nichts. Guten Abend, Nightwalker. Nightwalker, ich habe gehört, du hast das Mauspad gewonnen. Warst du das? Wenn ich da richtig informiert bin, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich musste mal gucken, ob du auf YouTube eine Nachricht bekommen hast. So, 15 Sekunden bei mir. Bei mir noch 4. Ich kann rein. Ja, er freut sich. Ist das ein Ja, ich habe gewonnen oder ein Ja, du freust dich, weil ich dir das jetzt gesagt habe. Verlass dich da nicht auf mich. Musst du nochmal gucken bei YouTube. Das steht unter deinem Kommentar, wenn. So, ich bin drin. Oh, ich auch, glaube ich. Athlete noch. Athlete, da bin ich. Ja, viel Glück, ne? Ja, dir auch. Ja, danke. Ich versuch's. So, ich haut das dir einfach mal direkt auf den Flachkopfspot da. Was soll der Geiz, ne? Die erste vier Stunden sind eh tot. Tränen wir mal schön. Gechillt, ein bisschen sitzen. Wenn der Erste da in der Liste was fängt, dann fang ich auch an. Hoffen, du musst ein Autogramm drauf. Ja, wenn du das möchtest, dann mach mir da eins drauf. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Moinsen, Muselmann und A Shoot to Kill. Gucken wir mal, dass hier was geht. Ach, Ronski hier auch, ey. Ja. Eben in der Chat. Ich bin gar nicht bei dir, wa? Doch. Ja? Du hast gerade geschrieben, ja, ja. Na gut. Weil er bei mir hier nicht irgendwo steht. Ich war ja vor dir drin, darum. Ja. Dann gucken wir mal, was hier so geht, Freunde. Stuxel, guten Abend. Alex sagt, mit oder ohne. Will mit dir und Alex. Ja, dann machen wir das. Das lassen wir dann zukommen. Daran wird mich scheitern. Ich seh den Alex sowieso übermorgen. Am Montag müssen wir nämlich noch das Schlafzimmer aufbauen, damit ich da mal schlafen kann. Das ist ja auch ganz schön actionreich hier, wa? Ja. Ich kann mich vor Fischen kaum halten. Boah, ich sag mir auch nicht. Unglaublich. Ab wann beißen die Unis nochmal? Ab 18 Uhr. Aber gestern hat glaube ich schon einer um 17 welche gefahren. Ja. Ja, du kannst schon mal zwischendurch Glück haben um 17, aber meistens um 18. Also ab 18 Uhr eigentlich definitiv nur noch, oder ab 17 Uhr schon nur noch an dem Spot. Ja. Ich kann mir sagen, welche Route ich brauch für die Rolle FatFelix500, was ist das für eine Rolle? Kenn ich nicht. Ja, nein, Wok, du musst dir auch bedenken, das ist im vierten Stock, ne? Ich hab erstmal den Schrank hochgetragen, den Wohnzimmerschrank, da war ich schon fertig. Ja. Dann hab ich das Schlafzimmer hochgetragen, da war ich fertig. Kannst du ja nicht alles auf einmal machen. Bin auch nicht mehr der Jüngste. Ohne Aufzug ist das nicht so leicht. Sag mal den Tim. Ne, das ist nicht leicht, das stimmt. Ich glaub, du bist genauso alt wie ich, ne? Ja. Hab ich der der Twitch-Beschreibung entnommen. Ja. Da kommst du langsam ins Alter. Ja, geht stramm auf die 30 zu. Ja, man dann fertig, ganz genau, Desi. Der Zielfisch ist, äh, Wels. Von fünften Stock runter in den dritten. Ja, das ist angenehm. Ja. Da kannst du, da merkst du erstmal, was da vorher für Tröppen gelaufen ist. Aber ich hab schon gedacht, die holen mir so einen Sodastream, da brauch ich nicht so oft dein Wasser schleppen. Weise Entscheidung. Davon hatte ich eh kein Wasser trinken, aber ich muss mir so einen Sirup dazu holen oder sowas. Ich bin fast 40, aber du hast ja dein Kind da da schleppen lassen, wie ich dich kenne, ne? Ich hab mal schön den Kleinen schleppen lassen. Stell dich mal nicht so an. Die Jungspunde. Ne, ne. Den Straufe reiß ich zu. Dann mit Frosch, ja klar mit Frosch. Frosch ist der beste Köder, Jungs. Wird das so sehen. Wird einfach Erster werden mit dem Frosch. Ich kann dir mal so eine Frosch-Story erzählen, ne? Mir in der Lippe hier, da geh ich immer angeln. Da haben wir viele Hechte hier drin. Und ich schwör euch, ich bin einfach so ein Fetischist, was Gummifrösche betrifft, ne? Ich angle so gerne mit Gummifrosch, ich hab damit noch nie was gefangen, aber ich glaub da fest dran, dass man damit was fangen kann. Und deshalb hab ich auch gedacht, hier, der Frosch, der muss ziehen. Aber das sollte ein Zeichen sein, wenn du noch nie was damit gefangen hast. Ja, aber... Ich hab den ersten Fisch dran. Wie? Ja, wie? Warum hast du schon einen Fisch? Ich hab doch nix. Da kann ich ja nix für. Was hat denn hier schon mal für eine Schiebung? Die fangen ja alle Fische und ich nicht. Ne, da hat noch keiner was. Ah, ist aber nur ein kleiner. Getüpfelter, ja gut, den kannst du eh wegschmeißen. Den will ich gar nicht haben. Aber so bin ich schon mal auf Platz 1. An einem Flachkopf-Dings? Ne, ich bin am Blauweld. Ach ne, Mitte See, na ja, da sind Getüpfelte, ja. Guten Abend, Lobo. Was arbeitest du eigentlich, Panty? Ich bin, äh, harter Student. Ich studiere und nebenbei arbeite ich in einer Kanzlei. Aber da darf ich nur immer zum Gericht fahren, mir die Prozesse angucken, ein bisschen chillen. Gibt härtere Jobs. Vielen Dank, Sportfister, für dein Follow. Vielen Dank. Besuch aus Holland. Holland kann man auch gut angeln, habe ich gehört. Ja, Holland ist geil zum Angeln. Hechtangeln besonders. Jo, deine, wie heißen die ja nochmal da? Wie heißen denn die Kanäle da? Die haben so einen speziellen Namen, ne? Ja, ich weiß aber gerade nicht. Krachten sind die Dinger in Amsterdam. Ja. Aber da gibt es noch so... Sportfister, sag mal hier, wie heißen denn die Kanäle da bei euch? In der Wiesn? Musst du doch wissen. Wahrscheinlich kennst du den holländischen Namen. Polder, genau. Polder ist er. Polder, ja. Jawoll. Da gibt es sogar extra einen Hechtgröder, der heißt auch Maps Polder. Mit dem habe ich schon mal ein paar Echtel gefangen, der ist gut. Okay, kenn ich nicht. Kannst du nicht richtig anpacken, ne? Kann ich nicht. Dankeschön, Sportfister. Vielen Dank. Und danke an Random Gaming Moors. Achso, ja. Richard vielleicht hat Ende, der zuerst lesen soll. Polder. Was soll das eigentlich bedeuten mit den europäischen Fischen? Ja, die werden doch jetzt hier die europäischen Gewässer raushauen, Frankie. Wenn hier eine Grundangel und so kommt, da sieht man schon so hart nach Grundfischen aus. Brasse. Komische Giebel oder was das war. Dauert nicht mehr lange. Ach, ja. Gleich ist das geschafft. Noch sieben Minuten, dann dürfen wir auch mal Fische fangen. Oh, der Ugata hat aber auch schon richtig Kapital gefangen, wa? Ja. Was ist das für einer? Gibt ja noch acht, der hat bestimmt jetzt so einen Katzenwels, wa? Ja, bestimmt. Habe ich gerade gerade verhauen zum Driss. Wie, deinen zweiten? Ja, verhauen. Ja, verhauen. Ach, ja. Wunderschöne Bild hier. Der Frosch sagt nicht. Der Frosch ist der Beste. Glaubt es mir. Ja, nehmt alle Frosch. Ja. Ich mache euch letztens vor und der Tim hat den Geheimköder, damit der Tim weiterkommt und ich rausfliege, aber ich habe euch dann erzählt, dass wir den Frosch benutzen. Das ist unser Plan. Ich werde das schon sehen. Ich werde da mit den Unien noch rausziehen. Ich glaube, am Anfang, als Lusiener Neuwann, da war sogar Frosch der Topköder Nummer eins, oder? Da haben alle mal geschrieben, man muss den einzigen halt mit dem Frosch fangen. Ja, das geht auch mit dem Frosch. Denke ich auch. Vielen Dank an Floxa für dein Follow. Lass den Frosch weg. Die haben halt gegen meinen Frosch, Tim. Ja, schmeckt das schon. Ich mache das Film gleich aus, wenn das hier so weitergeht. Die händeln mich. Du brauchst nur kurz unterbrechen und tauschen. Aber da bin ich oben in die Ecke außer liegt da so ein Overlay drüber. Ja, genau. Während der Blauwels bist du in die Zeit nicht besser. Nein, ich will hier kein Blauwels angeln. Angle ich erst, wenn die Flachkopfwälse nicht beißen. Der Pantoffel hat das durchgeplant. Genau. Ihr müsst aber denken, bei dem normalen Wels-Turnier, da geben ja die Blauwelsen pro Kilo mehr Punkte. Und die Flachkopfwälse geben pro Kilo halt weniger Punkte als die Blauwelsen. Das heißt für mich im Umkehrschluss, dass die Flachkopfwälse im Schnitt schwerer sind, um das dann auszugleichen zu den Blauwelsen. Dass sie ungefähr gleich viele Punkte geben, weißt du? Ganz schön fuchsig, ne? So denkt ein Pantoffel. Ich baue meine Führung mal aus. Hast du schon wieder einen? Ja. Unglaublich. Du hast ja schon gleich ein Flachkopfwälse zusammen. Ja. Zwei Taumelbündel übereinander und mit dem Wallerholz klopfen. Wenn wir mal Boote hätten, dann könnte man mit dem Wallerholz klopfen. Wo bin ich eigentlich? Ich bin Elfter, glaube ich. Ich sehe meinen Platz nicht. Elfter wird ja reichen am Ende, ne? Dann ist ja alles gut. Das reicht. Lass mich mal was fangen hier. Habe ich meine Grafik überhaupt runtergestellt? Ich habe ab 19 Uhr, also 19 Uhr ingame, habe ich hier mega krass Selects an der Stelle. Da gehen meine Frames von 60 auf 20 runter. Ja, das habe ich auch öfters da. Aber nur da. Ja, nur an der Stelle hier. Meine Frames sehen hier gerade auch nicht so flüssig aus, wenn ich mir die Route angucke, aber mal gucken. Großer Schnittköder. Ruhig, Jungs. Hatte noch gar nicht angefangen. Erste Viertelstunde für die Katz. Da kannst du Heuschrecken dranhängen. Da fängst du genauso viel. Ne, vom Steg fängst du bei Sonne nix. Oder deine komischen hier, wie heißen sie hier? Die Katzenwerte, die vielleicht. Ja, die kannst du da fangen, die Getüpfelten. Aber die wollen wir nicht. Ne, die sind zu klein. Wobei der Unique davon ist auch. 12, 13, 14 Kilo. Aber wenn ich ein Uni fangen will, dann will ich aber den Flachkopf fangen. Ja, den will ich auch. Miguel, die Testphase ist vorbei. Jetzt muss man angeln. Versuch mal die große Heldritze. Machen wir. Aber flüssig läuft das bei mir echt nicht, ne? Wenn ich jetzt so... Ich hab mir schon wieder angeguckt, hauptsache die Bisse sind nicht wieder am Ruckeln. Aber wenn Posenfischen geht, hat ja bei den Scheiß-Turnieren, wo der Kunstköder benutzen muss, da hab ich immer echt Krampf in den Fingern. Ja, das ist echt blöd, wenn das dann ruckelt. Aber nur bei den Bissen immer, da hab ich halt immer Standbild. Ja. Noch drei Minuten. 5.000 Euro in der Toilette. Kannst du mir nichts zu sagen, ne? Naja. Kann man sich eigentlich mal gönnen. Aber wie sie alle hier die Gabelwälse fangen, ist ja der Wahnsinn. Du bist nicht mehr Erste, du wurdest überholt. Ja, wie? Fang mal wieder ein hier. Ich wollte jetzt eigentlich abwarten. Aber du bist mal im hinteren Baum, dass du genau von dem Baum wirfst. Ja, aber erst gleich. Jetzt beißt dir noch nichts, Jungs. Eben, ab 14 Uhr. Wie viel hast du schon gefangen? Gar nichts. Guten Abend, Sabia. Noch gar nichts hatte ich gefangen, aber gleich geht die Party los. Ich kann schon mal wieder rein und neu auswerfen. Die benutzen einfach keine Frösche. Ich aber. Aber ich weiß mal gerade, warum mein Spiel so ruckelt. Wir haben jetzt die Püro-Auslastung von 5%. Was ist das für ein Kackspiel? Das ist komisch. Usiena wieder. Guten Abend, Zinka. Ja, noch eine Minute. Warte, geht das rund. Ja. Dann werden wir hier einen Uni nach dem anderen ziehen. Hoffentlich. Ich starte direkt mit einem Uni, damit die anderen direkt aufgeben. Was hältst du da? Das wäre auch eine gute Idee. Da machen die, die sagen direkt, komm. Da kann ich mithalten. Ich gehe. Ja. Der fängt doch als erstes in den Uni Kale. Ja. Ich glaube, so ein Uni Forellenbarsch, den kannst du auch mal ziehen. Ich habe schon ein paar Trophys da gefangen. Auf Wels, Xavier. Auf Wels angeln wir. Da müsste dann der Forellenbarsch auch gehen. Als Unik. So, noch 20 Sekunden. Junge, Junge. Da kriegst du erstmal die Dönerpizze hier gebracht. Das ist ein Luxus hier. Ach, du warst es, dude. Ja, was ist jetzt hier mit dem Bisschen? Du musst jetzt aber hier anfangen, wa? Eigentlich schon. Aber ich glaube, jetzt ist mal heute erst um 14.30 Uhr gefangen. Hat dauert am Anfang immer. So lange im Chat noch keiner anfängt, sind wir gut dabei, glaube ich. Frosch taugt nichts. Frosch taugt, wa, die Jungs. Ganz ruhig. Frosch hat Beste. Vertrau dem Frosch. Wird gleich direkt mit dem 20 Kilo Trophy anfangen. Mein Fisch hier wäre, das wäre natürlich das Beste. Ja, das wäre super. 14.30 Uhr, mein erstes Trophy hatte ich gestern auch. Genauso ist das gestartet. Deshalb bleibe ich da meinem Frosch treu. Läuft da bei dir. Ja, wie immer. Kennt man ja bei mir das Turnieren. Was ist das so spannend wie Call of the Wild? Call of the Wild mach ich danach nur, Jungs. Keine Party, da geh ich ja nur bis 21 Uhr oder so. Und der Abend ist nur jung, ne? Dann hauen wir erstmal hier. Bisschen Call of the Wild raus. Großer Schnittgröner. Ich setze gleich auf die Blacklist, ey. Bei mir war schon eine Bugwelle neben der Pose. Ich glaube, gleich geht es los. Drei Uhr wach? Warum machst du sowas? Bars hat den Ersten gefangen? Tatsächlich. Bars hat den Ersten gefangen. Oh, da müssen wir jetzt aber mal Gas geben. Jetzt müssen wir Gas geben, Jungs. Tim, mach was. Ja, ich arbeite dran. Vielen Dank an Krösus für dein Follow. Ich rutsche auch gerade ab. Platz 6 nur noch. Ich bin, glaube ich, immer noch Platz 11. Oder mein Ding ist verpackt. Ich sehe auch die ganze Zeit 1, 2, 3 und 12, 13, 14, 15, 16. Aber ich weiß nicht, wo ich da bin. Ja, normal müsstest du... Ja, der hat 21 Kilo Trophy. Yo, die haben schon einen Trophy gefangen. Ich habe noch gar nichts. Ja, wie? Was ist das für eine Scheiße? Ich muss mal neu auswerfen, Jungs. Schiebung hier. Warum ist der bei mir wieder so krass am Ruckeln? Ich glaube, ich stelle mal kurz die Grafik runter. Kann ja nicht sein, ne? Schönen. 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 Guck mal, ich habe schon auf schön stehen. Guck mal, der jetzt flüssiger ist. Anscheinend auch nicht. Ne. Hat nichts gebracht. Vielen Dank, Zinka, für dein Follow. So, 38 Meter, da ist er gut. Jetzt muss mal der Zugverlangsam herkommen. Waren das ein Blauwels oder ein Flachkopf? Hm, klar, kannst du nie sagen, wa? Könnte beides sein. Angelschöne doof, Frosch, Wetter doof. Guck, Bart schreibt auf Frosch. Bart schreibt es, Jungs. Der Bart schreibt es, der hat ihn auf Frosch gefangen. Ja? Also, ich will dir keine Beschwerden bei dem Frosch hören. Oh, da gibt es doch nicht. Zu weit vom Fisch weg. Ah, bist du jetzt an der Flachkopfstelle, oder was? Ja. Ja. Oh, bei mir zupft er. Seht ihr? Der Frosch, Jungs. Er zupft. Ich sage es euch. Das wird der Erste. Komm, nimm ihn. Bauerfisch. Jawohl, der hängt, Jungs. Der Erste, der Frosch. Was ist das denn? Das ist doch ein... Ich habe einen Forellenbarsch, ey. Er läuft bei dir, würde ich sagen. Ich habe einen Forellenbarsch gefangen. Nice. Simulatortipps. Vielen Dank für deinen Host. Vielen, vielen Dank. Alter, da fange ich echt einen Forellenbarsch. HGZ, ne? Glaublich. Ich sage euch, der Frosch ist trotzdem gut. Macht euch da nicht ins Hemd. Vertrau dem. Der Tim hat gesagt, ich soll den Frosch benutzen. Also schiebt alles auf den Tim. Ja, ja. Ist klar. Ich bin ja dafür, dass Patoffen mal so einen Horrorschocker streamen. Ja, vielleicht streamen wir mal Finding Bigfoot, Freunde. Ne, komm, immer wieder spielen. Das entwickeln sie auch schön weiter. Da gucken wir da mal rein. So, habe auch den ersten größeren. Ach, komm. Ich glaube, ich bin so schnell auf großen Stittköder. Forellenbarschfrosch. Ja. Was ist hier mit meinem Frosch los? Verschmähen den. Das neue Outlast. Ne, das stream ich bestimmt nicht. Ja, nur zwölf Kilo. Ah, fast 13. Nur, ich habe null. Aber ich sagte ja, meine Anzeige ist verbuggt. Ich sehe jetzt hier nur noch die mit dem, mit den Kilo-Dingern. Aber ich kann ja nicht noch 11. sein, weil ich habe ja noch gar nichts gefangen. Adzupf wieder. Adzupf, Freunde, der Frosch springt. Mal gucken, was passiert, wenn ich einen gefangen habe, wo ich dann gelistet werde. So, der nächste Fisch hängt. Wenn er jetzt wieder an Forellenbarsch ist, ne? Oh, nee. Oh, der geht hoch. Nice. Wir haben den ersten Wels, Jungs. Oder Alligatorhecht, da geht auch noch. Ne, auf Frosch glaube ich nicht. Auf Schnittkülle habe ich auch zu meinem Alligatorhecht. Wette eine Cola, dass der nächste auch ein Forellenbarsch ist. 1,4 Kilo. Ne, ne. Das ist hier. Oh, guck mal, da geht sogar eine Bremse. Das ist der Kapitaler. Direkt der Uni. Meine Anzeige ist auch verbuggt. Ja, gut. Dann müssen wir damit leben. Da haben wir den ersten Wels gezogen. 12,6. Ja, aber geil. Ich sehe echt nicht, wo ich bin, ne? Was ist das denn für eine Scheiße? Jungs, kann man irgendwie fixen? Weißt du, hat einer? Ihr seid doch so Experten im Chat. Ihr müsst das doch wissen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nah dran bin. Ich muss einfach Erster werden, dann sehe ich, wo ich bin. Alt F4, ja, das ist auch gut. Ja. Das konnte schon nur von Miguel kommen. Vielen Dank, Uncle Sam, für dein Follow. Ich bin da schon die Trophys hier raus. Auch jetzt habe ich den Buck hier mit dem Scheiß zu weit gezogen. Da kannst du doch mal direkt reinholen. Ja, ich warte noch mal. Manchmal hilft eine Kurbelumdrehung. Jawohl, auch den ersten Trophäe. 17 Kilo. Geht's jetzt? Platz 1. Jo, seh dich. 38 Kilo gesamt. Wenn du in die Schotten kommst, dann geht's. Ja, da komme ich aber nicht hin. Wollt mach ich, wenn ich da nicht reinkomme? Dann siehst du deinen Platz nicht. Ja, Hammer. Da zupft auch wieder nix, ne? Unglaublich. Palavino, vielen Dank für dein Follow. Thank you. Da ist ja wieder unglaublich. Er dazu fährt gar nix. Anschlag V. Oh, das ist ärgerlich. Ich hole mal rein. Ach, der ist noch da. Guck, der ist noch da. Jetzt hat er zu weit gezogen. Scheiße. Ein langes Froschgesicht. Ne, ne, der Frosch, der ist... Glaubt ihr mir, Jungs. Glaubt mir, der Frosch. Ihr werdet danach nur noch alle mit dem Frosch angeln. Egal, welchen Fisch ihr fangen wollt. Einfach der Frosch. Also ich sag mal so, Top 20 bin ich auf jeden Fall nicht. Wenn der 16. schon 27 Kilo hat. Ja, kann sein, ne? Nightwalker. Wenn der Frosch nicht quakt, hat er tatsächlich keine Lockwirkung mehr. Das ist immer schlecht. Oh. Ne, Anschlag verhauen. Das kann doch nicht sein. Ach. Max, vielen Dank für dein Follow. Und Moin, schreibt er. Ah, zoppelt wieder. Ich kann's was verhauen hier. Und 76 Blue, auch dir. Vielen Dank. Ach, da verhaue ich den Wels. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Da hängt der Nächste. Aber gut, Jungs. Wie, du hast schon wieder einen? Jo. Was meint ihr denn hier falsch? Du hast alles Schnittköder dran, wa? Nein. Krebs. Nein. Krebs. Was war Krebs? Ja, das stimmt. Geht auch noch. Krebs. Ich komm von hinten. Oh, da ist einer. Zack. Hängt. Das ist doch schön, der Forellenmarscher ist das. Ne, das ist ein Wels. Da hab ich auch mal wieder einen hier gefangen. Hab ja doch mal Zeit. Da bist du ziemlich weit weg. Simu-Fan, vielen Dank für dein Follow. Ja, ich bin irgendwo unten, wa? Letzter Platz oder so. Wittert man seine Platzierung, die sieht bei mir. Ärgert man sich nicht so. Braucht man sich nicht schämen. Ich kann das sagen, ja. Ich bin 21. Da bin ich, Jungs. Ich bin 21. Ich bin gleich drin. Keine Panik. Oh, da könnte sogar ein Trophy sein. Da gibt's mir eine Bremse hier. Oh, was haben wir denn da? Ah, 14,4. Ach, scheiße. Aber immerhin. Ja, schon den zweiten. Den Back hatte ich auch noch nie. Der muss auch neu sein. Der muss neu sein. Ob Golden Cash das Ding wieder gewinnt? Mit Sicherheit. Meine Frau würde sagen, weil ich nicht ruhig war, hast du ja nix, hast du nix gefangen. Ja. Richtig so. Tim, du musst mal ruhiger sein. Ich bin die Ruhe in Person. Du musst abreißen, ja. Ich glaub, da komm ich, ich weiß gar nicht, ob ich dann auch wieder reinkomme ins Turnier. Ich glaub, wenn ich abreißen, das hat für mich gegessen, die Sache. Ja, abreißen ist Ende. Ja. Du kannst nur Alter 4 oder raus aus dem Spiel und dann wieder rein. Alter 4 geht? Ja, das geht. Dann bist du ja immer noch hier, dann kannst du wieder rein beitreten. Boah, ich test halt lieber nicht, ey. Wie lange geht das Turnier? Bis 21 Uhr. So, guten Abend, Blackout Pit und Henna. Ah, der ist einfach so durch, ey. Scheiß mal auf die Anzeige. Hab mit dem Krebs immer gut gefangen. Ah, ich glaub, Krebs ist ganz gut. Aber der Frosch auch. Ach, jetzt hab ich schon wieder den Backe mit dem Köder zu weit gezogen. Was ne Scheiße. Das hasse ich an dem Spot so, ne? Das ist echt nervig. Wir müssen 20 Kilo noch mal fehlen. Ein Trophy ist ja easy gemacht, ne? Ja. Entscheidend ist eh, wenn der Uni fängt, Jungs. Ha, wobei, bei den 20 Plätzen wirst du wahrscheinlich nicht unbedingt in Uni kamen müssen. Ja, das kann sein. Je nachdem, was die anderen so rausziehen. Ja. Ich glaub, man hier Frosch. Jawoll. Frosch Power. Fische sind ja da. Die meisten ja auch. Aber einen hab ich verhauen und zwei hab ich den Bug gehabt. Was willst du machen? Den Nächsten fangen. Ja. Das ist mein Plan. Vielen Dank an K4M für dein Follow. Ach, jetzt hab ich schon wieder den Bug. Das gibt's doch nicht. Hab bei jedem Wurf jetzt wieder den Scheiß-Bug. Was ist das für Bullshit? So, da hängt der Nächste. Der Bug bringt mich um. 10,3. Ach, und schon wieder zu weit gezogen. Nices Game, Jungs. Die Anzeige geht nicht. Die Bisse gehen nicht. Lohnt es dir richtig, das Turnier zu spielen. Guck mal, Tim, Dritter. Ja. Wir können von mir aus aufhören. Du bist Platz 11. Du hast ja keine Anzeige. Ja, richtig. Ich mach das Screenshot hier. Ich bin Platz 11. Ihr kennt den Bug. Ja. Will ich meinen Platz wahrhaben. Sinn erlade. Vielen Dank für dein Follow. Kommen halt 21 ins Finale. Ja. Extra Platz für mich geschaffen. Ja, da fängst du ja gar nichts. Ich hau gleich den Frosch in eine Tonne. Ganz ehrlich. Hier, dann nimm doch mal was anderes. Aber ich vertraue dem Frosch. Ja, vielleicht später für die Unix. Ich habe noch nie einen Unix mit Frosch gefangen, glaube ich. Aber ich vertraue trotzdem. Was ist das für eine Scheiße? Da zupft nicht mal was. Außer mit meinem Döner hier kalt. Bis 21 Uhr ist der richtig kalt. Oh, da zupft was. Da muss man hier aufpassen. Und der hängt. Der hängt. Ja, follow. Aber der sieht auch nicht so groß aus. Weil ich da schon einen Haken. Gabelwels war. Gucken wir mal. Jetzt geht es ein bisschen höher. Könnte doch ein Flachkopf sein. Ne, was habe ich denn da? Doch, Flachkopf. Mit 9,4. Sehe ich eigentlich meine Positivität, wenn ich hier auf die Diggens gehe? Da müsstest du sie nochmal sehen. Ne, da sehe ich die auch nicht. Da sehe ich die Top 20. Nice. Richtig gut spiele. Richtig gut. Großer Schnittköder. Ja. Ich fange noch ein mit dem Frosch. Da mache ich den Schnittköder dran, Jungs. Oder auch jemand anderes. Mal gucken. Blutegel oder so. Tauwurm. Mückenlarven. Libellen. Libellen. Ich habe mal eine Libelle geangelt. Beim Stippangeln. Ja? Ja, da ist sie mir an den Haken geflogen. Und dann ist sie mit dem Haken in die Luft rumgeflogen. Ich habe die nicht runtergekommen. Oh, krass. Ja. Kann es sein, dass der Kescherflation eventuell zu klein ist? Mit Unis könnte man im Schnitt schon über 20 Kilo kommen. Ja. Aber ich nicht. Also theoretisch ist das möglich, aber bei mir nicht. Ja, das hat man ja gestern oder vorgestern in Michigan gesehen. Also 20 Kilo mehr geht auf jeden Fall. Als der Kescher. Was werden denn die Unis hier? Über 30 Kilo, ne? Ja, 32, 33 Kilo, glaube ich. Ja, guck. Dann kannst du aber 231 Kilo da reinpacken. Ja. Theoretisch. Oh, da siehst du, zupft schon wieder. Ich sag jetzt, jetzt kommt der Frosch. Die haben auch genau so eine Boje da gemacht und ich sehe meine Pose gar nicht, weil jetzt hinter der Fahne da ist. Ja, hab ich auch das Problem. Jetzt hab ich irgendwie so einen Riesenfisch gefangen. Hm, ich hab den nächsten. Komm jetzt. Oh, Frellenbarsch, geht's set. Ja, danke. Läuft. Guck mal, holst du die auf 14? Griesbelch, Griesbelch ist eine gute Idee, Lobo. Das werde ich machen. Aber ich hab noch nicht einen Trophy gefangen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das läuft nicht so gut. Gezettet. Sag mal. Ach, guck, siehst du, man muss nur meckern. Man muss nur meckern, Jungs. So, wo bin ich? Weiß ich nicht. Ah, du bist 12, da seh ich. Ich kann ja gucken, weil ich im Kescher hab. Warte mal. Ich habe... 54 Kilo. Also nicht so weit hinter dir, wa? Ich könnte doch 50 sein, aktuell. Das heißt, 54 Kilo, Freunde, ich bleib beim Frosch. Scheiß auf den Rest, ich bleib beim Frosch. Wenn hinterher die Unis beißen, dann mach ich was anderes dran. Erstmal bleiben wir schön, mein Frosch. Und haben wir gesagt, hier, wenn du die Uni fängst, darfst du deinen Döner behalten. Und wenn du keinen fängst, bekomme ich deinen Döner. Nee. Ich habe gerade schon zwei Burger gegessen vor der Aufnahme. Aber irgendwer hat wohl hier Essen geholt und hat dann nicht aufgegessen. Also ich habe hier so einen halben... Und ich sage, hier, ist gar kein Döner. Ist irgendwie so eine Pizzatasche oder sowas mit Dönerfleisch oder keine Ahnung. Ich kann mich da nicht aus, wie die Döner heißen. So, jetzt bräuchte ich mal hier den nächsten. Wie viel habe ich denn gefangen? Vier oder fünf? Ich glaube, vier. Da siehst du auch oben rechts, wie viel du hast. Das stimmt, oben links aber, ja. Oh, ja, stimmt. Ich habe gerade im Casher geguckt. Oben links steht das auch. Läuft bei dir. Dann seht ihr mal, wie gut ich das Spiel kenne, ja? Ich kenne das selber gar nicht. Ich gucke mir auch alles immer vorher irgendwo an alles ab und dann mache ich das nach. So läuft das bei mir, Freunde. Wie ist das Bescheid? Aber jetzt bei mir tote Hose hier. Kommt nicht mal ein Zupfer. Vielleicht mal zwischendurch auf... Weil die alle auf Flachkopf, ne? Ich habe auch kein Blauwelz gesehen, glaube ich. Ich auch nicht. Aber vielleicht sollte man das mal machen. Zumindest in den Faden, wo nichts geht, wa? Ja. Aber ich habe wieder einen Zubler. Scheint auch was Größeres zu sein. Ja. Ja. Du kämpfst doch mit dem. Ich sehe, ich war jetzt auf den Chat gespannt, aber... Ach, guck hier. 16,8. Der nächste Trophy. GZ. Danke. Platz 4. Nein, nein, Platz 5. Jetzt bist du mir wieder... Davon gerannt. Ach komm, dann machen wir mal an den Köder ran. Jungs, wenn ihr unbedingt den Schnitzküder haben wollt, dann kriegt ihr den jetzt. Mal zwischendurch was probieren hier. Ja. Man muss ja Vielseitigkeit zeigen unten im Wasser. Wenn die sich halt jedes Mal denken, was ist das da für ein Frosch, der drauf im Wasser hängt, ne? Ja. Dann würde ich auch nicht da kommen. Versuchen wir es mal mit dem Schnitzküder, weil wir fangen damit jetzt einen einzigartigen. Noch vor 18 Uhr. Dann seid ihr schuld. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Du hast ja auch schon so viele davor da mitgefangen. Mit dem Schnitzküder? Ne, mit dem Frosch. Ja, mit dem Frosch, ja. Ja, aber der Frosch, das ist ein guter Köder. Der wird oft unterschätzt, aber... Glaub an den. Ach, guck mal, er zupft direkt auf die Schnitzküder. Ist ja unglaublich. Und echt direkt der Biss. Direkt der Biss. Mal gucken, was wir da jetzt haben. Auf jeden Fall was schwereres. Aber kein Trophy. Einen normalen Flackkopf, denke ich mal. Das war Mo... Ist mein Chat eigentlich hängen geblieben? Ich glaube. Das ist ein normaler. Pack mal erstmal ein. Aber ich denke, kein Dings mehr. Kein Mauszeiger, aber dann mal kurz. Kurz mal die Seite refreshen. So, nächster Versuch. Padoffel, du musst angeln. Nicht immer im Menü rumhängen. Ja, ich musste meine Seite refreshen. Ich brauch den Mauszeiger. Ach, jetzt hab ich meinen... Warte, hör ich meinen Stream selber. Scheiße, wie krieg ich denn den Mauszeiger rein? Gar nicht. Doch, mit Strong. Gedrückt halten. So, hab ich's gemacht. Warte. Nee, aber nicht, wenn er ausgeworfen ist. Dann geht das nicht. Doch, geht sogar. Doch, da geht immer, eben. Ja. So, ich hab den nächsten. Mal gucken. Jetzt will ich aber Platz 1 sehen. 13,1. So, gut eigentlich. Kann man nehmen. Platz 3. Nein, nein, ich brauch keine Mindestens 5 Euro. Runter würde ich mich nicht... nicht, äh, aushandeln lassen. Also ich sag mal so, ne? Größer, großer Schicklein ist richtig scheiße. Da passiert gar nix. Weiß ich, wer mir das wieder erzählt hat. Weiß ich auch nicht. Da verlässt du dich einmal auf die Zuschauer, und schon ist das hier nix mehr. Oh, der... Der erste hat schon über 100 Kilo. No, ich hab die Hälfte. No. Oh. 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 Wie machen die das nur alle? Mit Krebs. Ja, wahrscheinlich. Ich klicke gleich auch auf Krebs. Krebs hab ich extra noch gekauft. Hast du die neue Twitch-PC-App? Ne, hab ich nicht. App hört sich schon wieder so nach Windows 10 ab. Ich benutze kein Windows 10. Wird kommen wir nicht auf den Rechner? Ey, der zupft gar nix. Was ist das denn für ne Scheiße? Das ist ja noch schlechter als mit nem Frosch. Aber der Frosch hat Gold wert gegen. Oh, die ziehen ja alle die Welsen nacheinander raus, und ich krieg hier gar nix. Was hat der mir denn da erzählt? Immer noch Hashtag Team Mittlere steht mir da. Ja, der Mittlere ist aber... Ne. Weiß ich nicht. Ich nehm den Mittleren mal bei der Blauwälse. Bei der Flachkopfwälse. Boah. Aber das ist ja kaputt hier. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich werf das mal aus. Ich nehm jetzt den Krebs. Team Krebs, genau. Das ist ja nicht normal hier. So, Krebs, komm her. Und wer, das wird jetzt nix. Die Luzzi zieht einen Trophi am anderen. So ist es. 122 Kilo schon. Ach, krass. Das ist schon ein Trophi gewesen. Ey, der gibt bestimmt nen extra Trophi-Spot. Und wir kennen den nicht. Das könnte sein. Ach, jetzt hab ich den Bug zu weit gezogen. Ach, leck mich doch, ey. Ist nicht für Windows 10. Du kannst jetzt für deinen Kanal eine eigene Gruppe machen, worüber deine Zuschauer deinen Stream schauen können und sich unterhalten können. Wat? Aber, okay. Aber kannst auch hier auch. Oder wie? Krebs taucht nix, schreibt er. Ja. Wat taucht denn, wat? Bei mir taucht da gar nix, wat? Ich kann da nehmen, wat ich will. Das ist ja das Problem an der Sache. Also, du hast es weiter links geworfen, ey. Das seh ich doch schon wieder. Ne, da vertrau ich dem nicht. Da muss ich immer neu auswerfen. Bin ja für Frösche als Köder. Nimm Frosch. Nimm Frosch. Nimm Frosch. Ich will jetzt sagen, erst einen Fisch mit Krebs fangen. Nur um die Zuschauer zu befriedigen. Damit ich hinterher auch die Schultern irgendwie zuweisen kann. Sonst heißt das hinterher, ne, du hast gesagt, der Frosch bringt wat. Weißt du? Und du hast nix damit gefangen. Und so kann ich sagen, ja, ich hab so lange mit dem Krebs geangelt. Ja. Das war verlorene Zeit. Ach, schon wieder zu weit gezogen. Das ist doch so ein Rotzback. Ohne Witz, ne? Ja, das versteh ich auch nicht. Guten Abend, Killerbommel. So wie Discord ist das. Discord benutze ich auch nicht. Das ist kompliziert. Ich kann nur TeamSpeak mit dir. Ich brauche mal so mega lang, bis ich so neue Sachen benutze. Weil ich hab da nie Bock, mich da reinzuarbeiten. Das ist genau wie die ganzen scheiß Handy-Apps. So Snapchat, Instagram und hast du nicht gesehen. Boah, da hab ich nie Bock drauf, mich damit zu befassen. Ich auch nicht. Hab ich auch nicht. Aber ich benutze die quasi nie. Ich benutze nur WhatsApp. Ja. Pantoffel, wenn sich alle über die Körner schreiten, nimm Brot. Tidee. Also Schnitt geht gar nicht. Lustig schreibt, du sollst dich bei Bugs neu anmelden. Wie neu anmelden? Wobei. Beim Turnier oder was? Guten Abend, Tech-Toy. Oh, er zupft. Er zupft auf den Krebs. Wenn ich jetzt den Einzigartigen rausziehe, dann bin ich wieder dabei. Einfach mal um 15 Uhr schon mit dem Einzigartigen anfangen, ne? Kannst du machen? Ja, kann man mal machen, eben. Ja, das war's auch mit dem Zupfer. Kurz mal hallo gesagt und direkt ist verweckt der Fisch. Ich hab jetzt einen auf Schnitt. So, jetzt hab ich auch meine ersten 100 Kilo. Ah, geht's jetzt? Da bist du immer noch oben dabei. Fünfter Platz. Halt F4, Steam zu neu anmelden. Aber damit kriegst du den Scheiß zu weit gezogen. Bug auch nicht weg. Den hab ich jedes Mal. Da kannst du PC neu starten. Da kannst du das Spiel am nächsten Tag starten. Da kannst du das Spiel in der Woche neu starten. Das ist jedes Mal der Scheiß-Bug hier. Ja, das ist immer. Entweder manchmal hat man oder manchmal nicht. Der ist richtig scheiße. Guten Abend, Jonas. Also ich sag mal so, ich hab auf dem Krebsbisschen noch nichts gefangen, ne? Da war der Frosch fast besser. Oh, zu früh angeschlagen. Oder warst du nervös? Ja. Schon gut gefangen? Ja, sicher, Jonas. Ich bin so gut, dass ich nicht mehr in der Liste drin bin. Ach, was ist das denn hier? Ah, er ist aber nochmal zurückgekommen. Ich glaub, wenn man nicht in der Liste aufgeführt wird, dann zählt das nicht. Vielen Dank für deinen Follower, ach, Follower, schon für deinen Host, Woodstriker. Vielen, vielen Dank. Geh mal 20 Zentimeter tiefer. Noch tiefer? Ja. Dann häng ich ja irgendwo. Naja, das passt. 1,90 geht noch. Ach, gefühlt, gefühlt hab ich auf jeden Fall viel mehr Bisse. Jabberwocky, vielen Dank für deinen Follower. Was für ein zweiter Monitor soll das denn werden? Ein normaler, den ich jetzt auch hab. Wobei, jetzt hab ich einen mit 3D, der ist ein bisschen teuer. Den brauch ich als zweiter Monitor nicht nochmal. Aber so ein 23, 24 Zoll brauche ich. Denn jetzt ist aktuell mein Fernseher zweiter Monitor, um den Chat da zu lesen. Aber in der neuen Wohnung kann ich das nicht mehr so stellen, wie ich das hier hab. Das heißt, ich brauch da spätestens zweiter Monitor, um den Chat beim Stream zu lesen. So, ich hab jetzt auf 1,90. Mal gucken, was da passiert. Ja, Petri Langwoodstriker. Und guten Abend an... Fanatiker. RJP-Fanatiker. Ne, höher. Ich bin bei 1,60. Ja, ich glaub, da tut sie nicht viel. Ob tief oder höher. Den Back hab ich trotzdem. Ein gleicher Verblauwälse. Die reichen auch, wenn du davon ein Center Office hast. Eben. Hauptsache, ich fang mal wieder weit, weißt du. Das ist so... Voll frustrierend hier. Vielen Dank an... RJP-Fanatiker und Techboy für eure Follows. Auf 1,90 tut sie gar nichts bei mir. Ne? Ne. Nicht mal ein Zupfer. Also seit ich den Frosch abgemacht hab, hab ich keinen Fisch mehr gefangen, glaub ich. Das ist ein Fluch. Der Fluch des Frosches. Ronski geht jetzt auf die Blauen. Oh, Jesses. Vielen Dank für dein Follow. Und moin moin Fellfisch. Und jetzt, da tut sich überhaupt nichts. Oh, da ist was. Warte. Ich hab jetzt so weit gezogen, was? Ich wusste, ey. Scheiße. Scheiße. So weit gezogen. Ich mach mal... Ja, Sinti, oder? Das stimmt. 70. Ich wef mal weiter nach rechts. Ganz grau dran. So, jetzt hab ich mich schön hinter der Fahne positioniert. Da wird das schon klappen. Boah, da lief aber die Proberunde wesentlich besser als der Scheiß jetzt hier. Vielen Dank, Fellfisch, für deinen Follow. Ja, tut sich gar nichts mehr. Ich wechsle mal. Ich wechsle mal, oder? Wann hat er einer? Da war schon wieder einer. Jungs, der beißt einfach nicht. Bin fast dazu geneigt, auf Blaubild zu angeln. Aber ich geb dir noch ne Chance hier. Na, tut sich gerade echt wenig. Ja, ein bisschen... Wenig Action. Okay, ich hab jetzt zu weit nach rechts geworfen, glaube ich. Jetzt hängt die Boteleine, Büsche drin. Na, was soll's. Werden die Wälder schon finden. Und Köder wurde zu weit gezogen. Geiler Bug wieder. Ich hab mich gerade totgelacht bei deinem Fall. Ich hab mich vor wieder her. Morgen wird noch schlimmer. Morgen wirst du weinen. Komm, mal einer voll wegschatten. Ja, gerne. Ich hab kein Spy. Ich hab kein Spy. Wie lange wird das Typen gehen? Keine Ahnung. Und ich werd dann nach, äh, auf jeden Fall noch weiter streamen. Weil der Turnier ist ja hier nicht so erfüllend, ne? Ohne Witz, also... Kannst du nur beten, dass da rausfließt. Oh, ich hab was. Unglaublich. Ich hab nen Fisch. Jungs, ich hab nen Fisch. Da wird doch mal Zeit. Ja, allerdings. Alle schon 108 Kilo oder was hier meine... Ich glaub, so topfen die ungefähr bei 100 Kilo. Bisschen drüber. Und ich hab noch, äh, meine 64. Wohin mal. Warum hab ich denn 64 Kilo? Hab ich noch einen gefangen. Ich glaub, ich hab noch 54. Du hattest ja eben nochmal einen. Achso, jo. Wann haben wir jetzt hier? Ja, gezett. Wann haben wir? 16,9. Ja. 81, ich bin mit einem Rennen. Das finde ich jetzt total spannend, ja und wie. Kann mich auch kaum halten vor Spannung. Vor allem, wenn du deine eigene Position nicht siehst. Du weißt, bis zum Ende nicht, wo du bist. Tim, wie viel Kilo hast du mit gefragt? 116 Kilo hab ich. Du hast quasi einen einzigartigen Vorsprung. Ja, quasi. Das holst du gleich mit den einzigartigen auf, mit deinem Frosch. Ganz easy. Da bin ich zuversichtlich. Na ja, zwei sind da schon mal Trophys. Ja, das stimmt. Aber gestern habe ich auch sechs Trophys beim Probodurchschung. Das war nicht annähernd an den 200 Kilo dran. Pepe, vielen Dank für dein Follow. Oh, jetzt zuckt. Unglaublich. Nicht, dass ich ihn noch anfangen. Ah, jetzt nicht übertreiben. Ja, eben. Hat aber wieder aufgehört zu zupfen. Alles gut. Okay. Dacht schon. Zwei nach andern. Oh, zupf weiter. Unglaublich. Nee, ich hab den Anschlag verhauen. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Das war der Unix. Das war nicht, ey. Ach, ist das ne Scheiße, du. Da verhaut er einfach mal den Anschlag. Zehn Trophys. Ja, den werde ich auf jeden Fall fangen. Ganz locker. Ja, locker. Da hab ich schon. Hälfte der Zeit gleich rum. Aber ist auch so, ne? Guck mal, die haben jetzt schon nach der Hälfte der Zeit haben die schon alle über 100 Kilo. Zumindest die in der Top 20 sind. Ja, 125 hab ich jetzt. Ja. Und die haben jetzt quasi dasselbe nochmal an Zeit. Um das auf 200 Kilo zu bringen. Warum kann man denn Platz nicht sehen, Pantoffel? Weil's, äh, verbuggt ist. Weiß ich auch nicht, warum. Geht halt nicht. Kaputt. Scheißspiel. Braucht man die Entwickler. Hast kaputt gekriegt. Toll, Pantoffel. Oh, nice, ey. Fast den Anschlag verpennt, weil ich auf den Chat geguckt hab. Aber noch rechtzeitig zugeschlagen. Ja. Guck mal, was weißt du, aus dem Wasser ziehen? Pantoffel hat keinen Platz, genau. Ich spiel außer Konkurrenz mit. Eigentlich bin ich gar nicht im Halbfinale. Ich hab nur so ein Overlay drüber gelegen mit der Platzierung. Dann hab ich ein Screenshot aus einer anderen Runde. Ich glaub, die alle spielen mit, aber ich spiel die gar nicht mit. Weißt du? Und ab und zu updatet das mal. Und dann passt das schon. 12,2. Nice. Jetzt bin ich schon mal zumindest bei 93. Noch einen hab ich über 100. Ich werfe aber auch meine Würfel, die sind alle so weit links, ey. Unglaublich. Na, wenn ich Glück hab, da komm ich in der ersten Schöne an, auch über 100. Brauch ich nur einen 4-Minuten-Fisch. Ja, das schaffst du doch. Nee. Vertraue den Hof wieder nicht, weil wer so weit links ist. Das ist ja ein Scheißspiel, da kannst du laut sagen. Das ist okay, wo der liegt. Köder wurde zu weit gezogen. Das ist schlecht. Nur am Bug testen hier. Hat sich ausgefroscht. Nee, nee, der froscht, der wird noch zuschlagen. Oh, der wurf ein bisschen kurz, glaube ich. Äh. Was hab ich da? Nee, passt. 38 ist gut. Gehst du in Real Life auch angeln und jagen? Was ist Real Life? Was ist dat? Hättest du nicht verpennt, wärst du schon auf 100. Was hab ich denn verpennt? Ich hab gar nichts verpennt. Er hat auch zwei Anschläge. Ja, aber das war nicht meine Schuld. Ich hab recht zu dir angeschlagen. Aber der hat halt nicht gehakt. Oh, da hab ich den nächsten. Jetzt aber. Jetzt läuft das. Ich mein, jetzt übertreibst das. Jetzt, ja, ich hab ja gesagt, ich komm von hinten. Antoffel ist bei mir auch. Ist das bei dir? Der ist zu weit gezogen, oder was? Eismann, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. Hast du mir noch ein Eis mitgebracht? Ich hätt gern Magnum. Oder Schlumpfeis. Schlumpfeis geht auch immer. 13,7. So, 106 Kilo hab ich. Jetzt komm ich langsam wieder in Top-10-Reichweite. Ronski, ich vermiss dich hier oben. Top-20 sag ich. Moas ist auf 15. Ronski hab ich grad auch mal inzwischen gesehen, aber jetzt gerade nicht. Ach, der Bug. Ja, alles klar. Müssen wir durch, wa? Beten, dass er nicht zu krassiert und wir den Uni dadurch nicht verpassen. Wenn ich jetzt einen Fisch fangen würde, so mit 12 Kilo, dann könnte ich mich fast sehen, weil ich die Bereiche 12-16 sehe. Und wir sind gerade so bei 18-23 Kilo. Könnte ich mich da reinangeln? Arbeit läuft nicht. Bei mir geht's nachher auch noch Fisch. Ich ess keinen Fisch. Aber dir guten Appetit. Beim Fisch bist du mehr am Geräten suchen als am Essen, ne? Ich hab früher noch Fisch gegessen, bis ich einmal in Norwegen war. Nach zwei Wochen lang jeden Tag Fisch hatte ich keinen Bock mehr drauf. Na, das glaub ich. Das ist auch nett. Bist du mir nicht Abwechslung? Ja. Wow, jetzt hab ich den Bug auch. Ja, Metatron, das ist richtig. Bei Platz 1 bis 3 sehe ich mich auch. Ist das giveaway vorbei? Nein, Weapon. Das giveaway kommt am Ende beziehungsweise nach Fishing Planet. Ich werde danach noch Call of the Wild weiter streamen. Aber im Turnier jetzt selber ja müssen wir nicht die Zeit auch noch mit dem Giveaway verschwenden. Also danach hauen wir da nochmal was raus. Welches Giveaway? Tja, weiß ich auch noch nicht. Lasst euch überraschen. Ohne Geräten. Ohne Geräten, genau. Fischstäbchen geht auch immer, ne? Das ist auch der einzige Fisch, den ich manchmal noch esse, aber mag ich auch schon nicht mehr. Boah, eher so Fleisch von einem Tier. Oh, ich rutsch ab. Platz 16 nur noch. Ohjau, ich seh dich. Ohjau, mit 125 Kilo hab ich jetzt aber auch gefallen. Aber mir tut jetzt auch wieder gar nichts. Kein einziger Zupfer. Na doch, ich hab Zupfer, aber nix, was irgendwie... Das kommt immer in so Phasen. Mal zupftet, mal wieder halbe Stunde nix. Wie, als Angler kein Fisch essen, das geht auch nicht. Wenn du Gräten findest du nicht viele Tieren. Aber wenn du die im Laden kaufst, dann... wie immer Gräten. So, jetzt beginnt die Unique-Zeit. Ehrlich? Ja, 17 Uhr. Da muss ich direkt mal den Frosch dran machen. Jungs. Nicht eigentlich mit dem Krebs weiter. Muss er mal da auswerfen. Jetzt fangen wir noch... Fangen wir noch 10 Uniques? Das wäre gut. Mir wird schon einer fast reichen. Ich überhaupt mal einen gesehen hab. Alter, es gibt so eine... Bei der Menge, die du gerade fängst, wäre das Gewehr ja nebenbei zu machen. Das stimmt allerdings. Aber genau in der Sekunde beißt dann eine Unique. Jetzt hab ich auch andauernd diesen scheiß Bug. Ja. Jetzt hab ich den gerade nicht gehabt, aber... Du hast dann manchmal so Phasen und hast den echt eine halbe Stunde lang. Und jetzt seh ich auch meinen Platz nicht mehr. Ja, ich hab den auch wieder. Ach, vielleicht sieht man... Ach, jetzt bist du unter 16 wahrscheinlich, ne? Ja. Guck, dann sieht man den unter 16 wahrscheinlich nicht. Dann ist der so verbuggt. Und wenn du drüber bist, dann siehst du den wahrscheinlich. Na, kann sein. Wenn ich über 16 war... dann hab ich da noch nichts gesehen von. So, ja, richtig. Wird heute nichts. Hau, die Gewehr jetzt raus. Ne, ne. Ne, 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 ne. In Deutschland esse ich keine Kartoffeln. Jawohl. Du sollst doch nicht kaufen, sondern fangen. Das muss ich ja wieder das Reelive betreten. Sowas mach ich doch nicht. So, da haben wir nochmal was. Ja, Gladbach hat überragend gespielt. Du hattest recht hier. Kaum euch das an, ist das schon wieder gegessen, die Sache. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den, den Stream zu beenden. Ja, hättest du noch besser weiter gestreamt. Ja, allerdings. Aber kannst du vorhin nicht wissen. Dann denkst du ja, 2-0, die Sache ist durch, ey. Und dann machen wir so eine Scheiße. Oh, beim Erzugsaubert. Könnte ja schon der Uni sein. Ne, einfach mal mit der Uni jetzt starten hier. Denk tut er auf jeden Fall schon mal. Ah, jetzt bin ich auf dem Wasser kommt. Bin ich wieder Platz 12. Hm, bei mir noch nicht. Oh, der geht aber in eine Bremse. Jungs, der geht richtig in eine Bremse. Alter, der geht echt in eine Bremse. Kriegst du gar nicht von der Stelle. Was ist das denn? Der hat zumindest ein schwerer Trophy, glaube ich. Das ist der Unique. Wäre natürlich noch besser. Oh, oh. Was ziehen wir da raus, Jungs? GZ, Alter. Was ist das? Ein Unique. Nice, den einzigartigen, Jungs. Den einzigartigen, da ist er. Da ist er, das Ding. Ja, da fängt es einfach mal an mit dem einzigartigen. Der ganz derfekt so scheiße und dann zack, neunter. Neunter Platz. So nehme ich und nicht anders. Ein Glück schon wieder, ne? Ja. Die ganze Zeit fängt es nur scheiße, ey. Da werfe ich direkt hier schon vor Schreck daneben, ey. Unglaublich. Ne, muss ich mal noch auswerfen. Der Ruf passt mir nicht. Ja. Vielen Dank, Jungs. Vielen Dank. Mein Pardoffel steht zum Turnier. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen, als ich die Uni gefangen habe. Jetzt steht es wieder gut. Vorher stand es nicht so gut. Aber ich habe halt so wenig Trophys, wa? Ja, das füllst du einfach mit Unix auf. Guter Plan. Werde ich umsetzen. Gut. Scheiß, Lacka. Darmbells, genau. Hashtag Darmbells. Schön. Der ist da vorbeigeschworen, war ich schön in Darm gehakt. Und den aus dem Wasser gezogen. Aber jetzt werde ich wieder gleich durchgereicht werden. Also macht euch nicht zu viel Hoffnung, dass hier was geht. Aber schon mal ein Uni ist schon mal gar nicht so schlecht und 29 geht auch fast, wa? Ja, der ist so gut. Guck mal, Yuki hat auch schon einen mit 32 gefangen. Und ich sage mal so, ich habe jetzt noch eine gute Ingame-Stunde Zeit, auch noch einen zweiten zu fangen, wa? Ja. So, von Yuki hat zumindest. Zottelhase, vielen Dank für dein Follow. Na, jetzt zupft schon wieder. Bei mir auch. Komm, jetzt zieh da auch noch einen raus. Ach, da bist du sogar 16. Ja, ne? Sehe ich gerade. Ja, aber ich habe was ganz Kleines. Morellenbarsch oder was? Ja, ich glaube schon. Oder ein getöpfelter. Getöpfelter. 1,8. Das ist ja fast ein Forellenbarsch größer. Ein Spiel, wo man angelt. Sachen geht's. So ist es. Guten Abend, die Ladi. Angeln, jagen. Es gibt kein Spiel, das es nicht gibt. Angeln ist ja wohl sogar noch harmloser als Menschen töten. Überleg mal. So weit als Spiel. Du bist auch schon wieder Platz 16, ne? Ah, ich bin abgerutscht, ja. Das wird jetzt hier Schlag auf Schlag gehen, wenn die alle hier so in Uni rausziehen und bist halt wieder am Arsch der Welt, ne? Ja, ja. Das heißt, noch acht Stunden Screenshot, Jungs. Noch bin ich auf Platz 16. Gleich werdet ihr mich nie wieder sehen in der Rangliste. Dann ist der Bug wieder voll zugeschlagen und ich sehe hier nichts mehr. Ja, guck mal hier. Der Dudimonie hat mich hier überführt. Schreibt schönes Krebs-Overlay über den Frosch. Weil ich eigentlich echt machen müsste, ne? Ich hätte so ein Scheiß-Güter-Screenshotten müssen und einfach als Overlay drüberlegen. Ich glaube, ich habe auch rein. Uni, oder was? Ja, ich glaube schon. Ja, zieh mal raus. Ja, bin dabei. Macht auf jeden Fall viel Spiel. Vielen Dank, Desperator, für dein Follow. Ich mag mir hinterher den Chat zu lesen. Ach, jetzt habe ich den Scheiß-Bug wieder. GZ 31,8, ey. Ah, danke. Nice, nice, nice. Jetzt kommen wir wieder oben dabei, wa? Top 3, oder wat? Ah, warte, ich muss in Ruhe aussortieren. Ach so, ich hatte noch keine Zeit. Platz 2. Nice, GZ. Danke. So, mal ein bisschen den Chat hier lesen. Ähm, 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 moin, Bärchen. Carlos Wild, gleich allein oder Multiplayer? Keine Ahnung. Mir ist egal. Ja, wenn du willst, kannst du mir zocken. Ja. Wirst du auch angeln, wenn, ja, warte, was war dein Kapitalzer Fisch? Mein Kapitalzer Fisch, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich war tatsächlich mal eine Woche entspannt auf dem Hausboot, auf dem Ebro, um da, jetzt habe ich schon wieder den Back, er leckt mich doch, um da Wälse zu angeln. Und ich sage euch, jeder hat da einen Wälzgang, nur ich nicht. Äh, deshalb irgendein Fisch in Norwegen, aber fragen wir nicht welchen. Du hättest die Fische auch nudeln müssen. Ja, wahrscheinlich. Die haben alle gesagt, Marc, mach du mal den Fisch an den Haken, weil ich habe das immer so genialer durchgestochen, dass die noch eine Woche gelebt haben am Haken, die Köderfische, ne? Und die haben dann ihre Wälse damit rausgezogen und, äh, ich habe keiner mitgefangen. Ja. Wobei, einmal hatte ich einen, hatte ich einen Biss, da war ich auf dem Sofa, da kam ich nicht schnell genug hoch. Und einmal war ich im Bett, da kam ich auch nicht schnell genug hoch. Also quasi wie bei Fishing Planet. Oh. Ach, jetzt habe ich den Anschlagfrauben, wenn ich auf den Check geguckt habe. Scheiße. Ähm, 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 warten wir mal weiter im Chat. Bei LOL und Overwatch töten wir also keine Menschen, na, das sehe ich anders. Da, der nächste 33,5. Ich würde ja auch Overwatch spielen, aber wenn du in mein Alter kommst, dann ist das nicht mehr für dich, ne? Das ist einfach zu match-, äh, zu hektisch. Da ist gerade noch so CSGO, ist gerade noch so drin, aber Overwatch, boah. Boah. Das machen meine Reflexe nicht mehr mit. Und das mit 28. Ja, mit 28. Ja, bist du direkt... Schon zu alt für das Spiel. Ich habe schon viele deiner Videos gesehen. Mach weiter so. Vielen Dank. Freut mich auch, dass ich eigentlich streamen kann. Hatte die ganze Zeit Bock drauf, aber ging halt nicht. Aber jetzt geht es und vor einer neuen Wohnung geht es auch. Also sind die zukünftigen Streams auch gesichert. Zauner Hund. Nächster. Überras eindeutig nen Moderator. Ja, ich weiß gar nicht, wo meine Mods alle sind, denn die sind alle im Urlaub, glaube ich. Alle haben schlafen oder was? Ist schon zu spät für die. Die sind auch alle so alt wie ich. Die schlafen alle. Ah, dann nochmal ein dicker Trophy hinterher. Nice. Geht's jetzt. Danke. Streamst du doch noch zählt es Go? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, der Alex streamt es Go. Habe ich zumindest so im WhatsApp-Gruppe gelesen. So halb. Ähm, ähm, ähm. Die Champions sind teilweise nicht mal menschlich. Ja, aber alles... Alles, was zwei Arme und zwei Beine hat, ist für mich Mensch. Auch wenn da Bären aufrechtlaufen oder sonst was. Man darf es vielmals solitär, ja. Genau. Oh, guck mal hier. Gerade am Lesen hier. Und schon habe ich wieder ein bisschen Fischfass aufbennen. Ah, da musst du echt aufpassen. Ja, Subnautica mal streamen. Ja, Subnautica habe ich auch mal wieder Bock drauf, weil die halt echt da viel gemacht haben, ne? Oh, ich habe doch schon wieder Uni hier, oder was? Der steht schon wieder auf der Stelle. Mach keinen Scheiß. Jetzt kommt er. Ich drück dir die Daumen. Nee, nee, ist keiner. Ähm, Subnautica habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil, wie gesagt, neue Updates und so. Lange nicht reingeguckt. Habe ich schon, wenn ich heute ein zweites Season starte, aber das ist definitiv erst nach dem Umzug. Vorher wird da nichts passieren. AGZ. Dicker Trophy. Dicker Trophy oder was? Nice. Fünfter. Ah. Ey, wie kann ich so weit oben sein? Ich habe doch gar nichts gefangen. Ich habe nur mal zehn Fische, glaube ich. Doch, musst du jetzt haben. Aber wenn dann jetzt gerade, ne, habe ich niemals. Ja, vielleicht kann es sein, dass ich gerade zehn habe. Weiß ich nicht. Ähm, ähm, ähm. Oh, jetzt sehe ich hier noch Schlappen im Chat. Ich kann es ja eine Facecam machen und über das Köderbild legen. Ja, Facecam kommt auch, sobald ich umgezogen bin. Ich will Adventure professionell machen mit Greenscreen und so, ne. Ich habe da keinen Bock mit, äh, Hintergrund. Muss ich mal aufräumen. Oh, schon wieder ein Biss. Ah, jetzt gehen die gut. Ich habe auch schon wieder einen dran. Ah, ich habe irgendwas Kleines, glaube ich. Ah, ne, jetzt geht er ein bisschen höher. Mal gucken. Ähm, was steht da noch? Ach so, CSGO spielst du, ja. CSGO. CSGO ist ja auch, ähm, äh, das sind keine Menschen. Das sind Terroristen. Und Terroristen sind böse. Und die darf ich erlegen. Ikku ist kein Mensch. Nein. Jetzt legen sie mir das hier zu Last, dass ich gesagt habe, zwei Arme und zwei Beine. Ja. Das ist richtig nice geworden. Ja, häng ständig. Mega nice. Schöner Alligator-Hest. 14 Kilo. Oh, ich habe auch einen mit 14 Kilo gefangen, aber einen Flachkopf. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich meine 10 zusammen, muss einen aussortieren. Dann haben wir den 9er hier mal raus. Und immer noch 5 da. Aber ich bin ja auf den Fersen. Ja, ich sehe das schon. Da vielleicht so schlecht gestartet bin, geht das eigentlich fast. So schlecht bist du gar nicht gestartet. Moas, das sehe ich wieder nicht. Bitte? Moas, so schlecht bist du gar nicht gestartet. Ja, komm, ich habe da einfach nichts gefangen. Ja, aber dann hast du gut aufgeholt. Go, go, das schaffst du. Ja, ich versuch's. Ich versuch's, Jungs. Hypnotica ist echt der Wahnsinn. Aber leider nur Singleplayer. Das ist echt ein bisschen schade. Irgendwer hätte mir gesagt, follow, warte. Nano, vielen Dank für dein Follow. Boah, ich muss erst mal den Chat wieder aufholen. Ich bin so nicht dran, Alter. Höre auf Werbung für schlechte Game-Star-Formate zu machen. Was für ein Format. Die Liste funktioniert endlich wieder. Oh, ich hab den Bug. Du hast den Bug besiegt, ja, weil ich jetzt enttog genug bin. Ja, man muss über Platz 16 sein, damit man zieht. Machst du so einfach wie ich mir. Stell den Schreibtisch vor einen Schrank. Ja, in der neuen Wohnung wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn ich da keinen Greenskin hätte, weil ich da sowieso die Wand hinter mir hab. Aber, äh, weiß ich nicht. Ich glaub, die 20 Euro für so einen scheiß Greenskin in den Cake-Online investieren. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Guten Abend, Snail. Wann kommt die Facecam? Bin ich umgezogen mit Miguel? Oder ist Bigfoot ein Terrorist? Genau, so sieht das aus. Ich hab halt auch keinen scheiß Uni. Ja, so ging mir gestern auch. Sinto. Also, ich spiel bei CS immer Terrorist. Ja, dann solltest du beten, dass du nie gegen mich spielst. Weil ich spiel immer, äh, CT. Auch wenn Seitenwechsel ist, spiel ich auch CT weiter. Ja, dann muss ich halt einer aus dem Gegner-Team kicken. Und dann spiel ich als CT weiter, weil ich möchte kein Tourist sein. Oh, jetzt zupft. Jetzt zupft schon wieder. Aber beruhig ist es schon, dass wir alle eine Uni haben, ne? Aber haben schon relativ viele. Die ganze Top-Ten hat schon eine Uni bis auf den neunten. Ja. Und die haben allein über 30, nur ich wieder nicht. Natürlich. Natürlich die Wand grün, dann sparst du den Greenskin. Ja, das stimmt, aber das ist leider die Wand auf der gegenüberliegenden Zimmerseite. Weißt du? Das ist nicht die, die eigentlich, äh, ne? Einmal komplett durch den Raum durch, quasi. Das würde, glaube ich, nicht so geil sein. Andi, vielen Dank für deinen Follower. Ich bin maler Lackierer. Ich könnte mir der Greenskin-Wand machen. Jetzt langsam rutscht er aber wieder ab hier. Gib mal Gas. Ja, ich versuch's aber, da beißt ja nix. Hab krass sieben Stunden im Spiel und spiele nie Ranked. Aber ich glaub, du wusstest gar nicht mehr bei CS so viele Stunden, beziehungsweise so einen hohen Rang. Du musst ja vor, glaube ich, Level 3 haben, um Ranked zu spielen. Aber ich glaube, die haben das mittlerweile runtergesetzt auf Rang 2 oder so. Musst du mal den Daniel fragen. Der ist ja Experte, der kennt sich da aus. Der ist ja jetzt, äh, Profi-Gamer fast. Oh, da ist der Nächste. Ja, bei mir zubbelst auch. Mal gucken, was wir hier rausnehmen. Ich bräuchte noch so ein paar Trophys, das wäre wichtig. Ah, ich mein, bis zum ersten hab ich nur 13 Kilo. Das ist nicht so viel, ne? Nö. Also einen so guten Trophy noch. Ich hab noch 10 Kilo Fisch da drin. Oh, ich glaub, da ist sogar hier einer. Auf jeden Fall ganz da oben, die Spannung. Mal gucken, was wir da gleich aus dem Wasser ziehen. Oh, das ist aber ein dicker. Was hab ich da? Normalen 13. Normalen? Warte, der hat sich aber angefühlt wie ein LKW. Ich hab gar keinen 10er mehr, aber ich denke, 10er mehr. Muss man doch da. Freilassen, behalten. So. Alter, 400 Gramm bin ich an den Rand. 400 Gramm. Aber solange wir uns so halb in den Top 10 halten, ist das noch ganz gut, ne? Ja. Alles super. Das ist ja immer die Scheiße. Wie gesagt, du wirst auch nie, ob du weiter bist bei den Quali-Runden. Aber hier war es ja... Ja. Am Ende der Arm ist es ein bisschen da. Der Schloss. Dann geht mit der Wand. Das stimmt, aber wenn die Wand halt am anderen Raum ist, am anderen Ende vom Raum ist halt scheiße. Das sieht auch kacke aus, ne? Oh, ich hab schon wieder einen. Nächste hängt. Bei mir auch. Welchen Rang hast du in den Pantoffeln, in CSGO? Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaub, ich bin mittlerweile wieder unranked. Wenn ich irgendwas mit Gold Nova... Ich spiel das da alle zwei Monate mal. Dann wirst du wieder neu eingerankt. Direkt zwei Ränge unter deinem. Und dann hast du wieder keinen Bock mehr. Bei CSGO, da hacken ja auch alle so rein, ne? Das macht einfach keinen Spaß mehr. Du kannst das quasi im Public-Rank nicht mehr zocken. Ach, was für ein Kleiner. Was hab ich denn hier noch? Das bringt mir nicht viel. Warte mal. 12, 2. 12, 6. Ich glaub, jetzt ist das hier der kleinste. So, jetzt hab ich dich einmal überholt. Aber mehr auch nicht. Oh, geht's halt. Ach, wo werf ich denn schon wieder hin? Wir wollen ein Case aufbringen. Ne, das wird nicht kommen. Frage ich lieber den Nils mit seinem Handy-Facebook-Spiel. Was spielt der da auf dem Handy? Ach, dieses komische da. Ja, ich weiß, welche du meinst. Hab vergessen, wie der heißt. Sind alle süchtig nach dem Spiel. Zuppelt wieder. Hau doch den 29er raus. Der mach ich mega beim nächsten Mal. Fast den Tiefel gelassen. Das ist aber doch geil. Neue Fischart. Der LKW-Fisch, ganz genau. Wir haben jetzt zuppelt auch schon wieder. Ich bräuchte nochmal so ein Uni. So ein zweiter Uni, der wird sich ja halt geben. Ja. Ah, der geht auch. Ah, bin ich fest überzeugt, dass der geht. Vielleicht auch jede Stunde einen. In-game. Ja, wir haben jetzt die nächste Stunde schon, ne? Ja, eben. Voll ich meine, siehst du vier Unis raus. Der hängt. Oh, das wird klar. Ah, das ist was kleines. Oh, jetzt werden wir aber wieder durchgereicht, wa? Hm. Geht langsam bergab. Na gut, wir wollen jetzt halt noch ein paar Troffees irgendwie. Guten Abend, Rodan. Du hast einen Trophy gefangen. Ja, 22. Mit Chat? Danke. Jetzt oben drin. Platz 3. Ich werde nicht nervös. Du hast noch gute 14 Minuten. Ich bin ganz entspannt. Keiner ist entspannter wie ich. Könnte sein. Platz 11. Fange ich in der Uni bin ich erst da, ja. Muss man erst mal fangen, ne? Ja. Boah, jetzt werde ich aber echt durchgereicht, nur 12 da. Musst immer neu auswerfen, ne? Wofür? Gefällt mir nicht. 141 Zuschauer wollte mich verarschen, ey. So, nur Fischbeschwerden, Jungs. Bleib mal ruhig. So, da können wir ihn erst mal lassen. Und jetzt warten wir auf den Trophy. Danke, Miguel. Wo sind eigentlich meine Bots? Wir müssen Miguel eigentlich mal wegfegen, ne? Welchen Platz brauchen wir uns Finals? Ich glaube, 20 ist da. Ja. Die ersten 20 kommen, glaube ich, weiter. Na komm, Fisch. Kannst du dich mal langsam wieder blicken lassen. Die am Anfang sind alle eingeschlafen, ne? Das kann sein. Die hängen ja da vom Anfang im Stream drin. Wachen morgen auf, decken sich. Was ist das denn für eine Scheiße? Aber die können ja nicht wieder holen und gucken. Das ist ja kein Problem. Oh, der zupft wieder. Bei mir ist gerade still. War bei mir auch lange Zeit, aber bis... Ich krieg ihn nicht geackt. Boah, doch. Boah, ich hab bestimmt drei Sekunden gebraucht, bis ich den geackt bekommen hab. Erstmal fünfmal angeschlagen. Ja, manchmal ist das kurios. Ja, den backast ich auch, wenn er dann... Da kriegst du das scheiß Brunensymbol da rechts hinweg. Ja. Aber ist auch nur normaler. Auch nix Kapitales. Ich hab auch nochmal einen. Aber... Da, Bremse geht hoch. AGZ. 19 Kilo. Ehrlich? Oh, das war aber... Größer als gedacht. Was hab ich noch? 12,6. Der kann weg. Dann haben wir wieder 8er. Aber voll richtig eng, ne? Guck mal, 173 Jahrzehnte, 178 Jahrhütte. Ich glaub, der erste hat schon fast zwei Trophys, oder? Zwei Unix. Das mein ich ja. Ja. Könnte sein. Müsstest du ja wissen. Ist von euch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich denke, ich sitze da an der Quelle. Braucht noch jemand 400 Liter Aquarium in Malawi. Gezett, Timf. 32 Kilo. Jawohl, danke. Jetzt bist du mal erster, oder? Aber ganz locker. Hast du jetzt 200 Kilo Follower, oder nicht? Ey, nicht ganz, glaub ich, ne? Ah, 196. Nice. Nein, hat der nichts bei mir im Channel. Okay. Dann bist du dein einziger, der zwei Trophäe, äh, zwei Unis hat. Damit solltest du durch sein, glaub ich. Glaub nicht, dass 20 Leute zwei Unis fahren. Glaub ich auch nicht. Vielleicht nicht als erster, aber für die Top 20 sollte das locker reichen. Danke, Frank. Danke allen. Komm, Fisch. Zupf. Ja, Pantoffel, jetzt hau mal einen hinterher. Ja, ich versuch's. Gebe mein Bestes, aber da tut sich wieder nix. So, noch ein Unik. Dann kann ich eh nix mehr fangen. Mit Krebs gefangen, oder? Na, alles mit Krebs. Ich bin wieder Elfter, ich werde jetzt wieder durchgereicht. Du bist schon so arrogant, dass du jetzt Forellenmarsch hangelst, oder was? Ja. Stell dich mal hin und hangel einfach Alligator-Hächte. Einfach so, just one. Wenn, wenn ich ne. Ah, der Moa ist auch, 33. Oh, jo. Ich glaub, der hat auch schon einen gehabt, oder? Ja. Weil mir zupft der wieder nur, aber... Ja, hat's bei mir auch die ganze Zeit, und dann war's der Unik. Zupf, 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 zupf. Nehmen wir jetzt den Scheiß-Köder. Oh, fast der Asch hat wieder nicht durchgekommen, aber jetzt hängt er. Mal sehen, was wir da haben. Hm? Steht schon mal ne Bremse? Könnte... Könnte einer sein. Geht auf jeden Fall gut, ne Bremse, ich glaub. Ich hab Glück. Aber, könnte auch nur ein Trophi sein, oder auch gar nix. Jetzt kommt er wieder so leicht. Weißt du, am Anfang macht er voll Dampf. Ja. Und dann ist er wieder so... Dann ist... Aber jetzt ist er wieder eine Bremse. Mal gucken, noch 8 Meter, gleich wissen was. Oh, der sieht groß aus, glaub ich. Gezett. 33,5. Nice. Nice. Jawoll. Der zweite Uni, Jungs. Schreiben schon, ich gebe Z. Vielen Dank, vielen Dank. Was hab ich denn hier? 13,7. 13,4. 13,7. 13,4. Also den 13,4er, ne? Freilassen. Nur nicht den falschen Freilassen. So eine Angst, ne? So, bin auch dritter mit 195. Direkt gleiche Stelle nochmal, fängst du noch ein Trophi. Hab ich jetzt beim letzten Unique gehabt und jetzt schon wieder. Werde es versuchen. So. Aber jetzt habe ich 204 Kilo. Ah, jetzt cash war voll. Jetzt musst du... Aber Austausch kannst du immer noch. Ja, ja, Austauschen geht noch. Danke, Jungs. Vielen Dank. Und wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ja. Wir fangen noch einen dritten. Wer hat wohl gelacht? Ja, oder wir gehen auf Alligator-Echte. Ja. Lass du was machen. Oder Crappies. Lass du das köpfen. Ja. Wir sind dekadenter. Ja, scheiße. Jetzt muss ich ja morgen nochmal angeln, wa? Ja, scheiße. Ne, noch nicht. Ach komm, ist noch eine halbe Stunde Zeit, ja? Ich bin schon wieder nur Vierter. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Oh. Nächster hängt. Ja, ich habe auch Zobler. Ich habe auch Forellenbarsch. Oder? Er ist ein Wels, aber ich glaube nichts Großes. Nichts Großes. Kein Trophy auf jeden Fall. Das können wir mal festhalten. Einen Getüpfelten habe ich hier, glaube ich. Der geht gar nicht hoch irgendwie. Das ist ein Flachkopf, aber sechs Kilo oder was hat er, mehr hat er nicht. Neun. Neun, ja, weg damit. Ich habe auch wieder einen, aber auch nichts. Oh, das sieht aber auch gut die Trophies hier raus, ne? Ja. Der Chat ist grün. Ich bin schon nur Sechster mit zwei Unis. Das wird eng. Ich brauche noch so ein Trophy zumindest. Vielleicht ist er zumindest noch machbar, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ich bin weitgezogen, jetzt kommt der Bug wieder. GG, Glück gehabt. So sieht es aus. Desperato, noch zwei Unis. Ja, wir versuchen es. Kann man bei dir subscriben? Nein, Friede, kannst du nicht. Dazu musst du Twitch-Partner sein. Du kannst nur followen oder spenden. Was fährst du für ein Auto? Porsche. Fiat Mabea. Haben sie übrigens alle geglaubt. YouTube-Money-Regel, wisst ihr doch, Jungs. Oh, jetzt zupft bei mir schon wieder. Ach, schon wieder zu weit gezogen. Leck mich doch. Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, weil ich den Bucket hier habe. Ich habe auch Zubbler. Ja, genau. Komm, ey, wenigstens noch ein Trophy. Oh, da kommt der nächste Uni aus dem Wasser. Ja. Und der war ein Platz hinter mir. Der ist jetzt auch vor mir. Dann teilt sich genau sieb da. Ja, du musst noch ein Uni fangen. Also mindestens Trophy. Ja. Bei mir zubbelst du nur die ganze Zeit. Ja, Platz 1 ist der. Ja. 207 Kilo. Ja. 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 Aber ein Trophy würde mir auch nicht so viel bringen. Aber ich müsste halt einen großen Trophy schon fangen. Normaler, der würde mir auch nur einen Platz bringen. Ja, auch nicht. Der 5 hat auch schon 201 Kilo. Ja. Ich habe noch einen mit 13 Kilo. Den könnte ich auswechseln, aber da brauche ich halt schon einen mit keiner mit 20 Kilo oder so, dass sich das lohnt. Oh, da geht. Nächster Biss. Mal gucken, was wir haben. Habe ich auch. Hängt. Ne, ist wieder so ein kleiner Pissviech, ey. Ist wieder... Ach du, Jemmi, ne. Die werden immer kleiner, glaube ich. 10 Kilo bringt mir nix. Ja, habe ich auch. Bringt mir auch nix. Kann ich freilassen. Jetzt fehlen mir schon wieder fast die Kilo von dem ersten Uni. Mit meinem 29 war der vielleicht ein bisschen klein. Ja, ruhig. Es ist ja noch zwei. Ja, eben. Ich weiß schon, wenn das wieder endet. Was ist dein Lieblingsfilm? Oh Gott. Oh. Weiß ich nicht. Es gibt viele geile Filme. Ich gehe ungefähr jede Woche ins Kino, weil alle Filme geil sind. Aber... Hey, der Ring ist ganz geil. Hobbit ist ganz geil. Alter, ich habe einen Fisch. Ich muss kurz drillen, Jungs. Und auf den Trophy hoffen. Aber das sieht schon wieder nicht nach dem Trophy aus. Der alte Mann, der Froschgöder. Genau. Star Wars, ne. Ich habe... Ohne jetzt, ich habe noch nicht einen Star Wars Film gesehen, Jungs. Ich muss mich mal outen. X-Men ist geil. Ich habe auch Logan gesehen. Da war ich im Kino. Star Wars kann man sich schon nicht angucken. Ja, ich kann ihm auch nichts abgewinnen. Das ist für mich schon wieder zu abstrakt. Ja. 13,9. Nein. Na gut, 200 Gramm verbessert. Jedes Gramm zählt. Ich brauche dir 6 Kilo. Das ist die Kluft zu Platz 6. Ja, das stimmt. Da hast du 10 Kilo. Ja. Aber ich rutsche gerade auch schon ab. Ah, solange wir uns noch mal in den Top 10 halten, geht das fast. Ja. Aber ich denke mal... Also, ich brauche auf jeden Fall noch einen Trophy. Da kommt der nächste Unix. Nächste Uni. Der ist auch noch hinter mir gewesen. Der wird vielleicht auch vor mir sein. Oh, Anschlag verhauen, ne? Mmh. Tim, konzentrier dich doch mal. Ich bin irgendwie der Einzige unter den Top 20, der keine Uni hat. Ja, aber ob er dann bleibst? Das ist die Frage. 26 Minuten noch. Wie viel Kilo hast du, Sinto? Schreib mal in den Chat, damit ich weiß, wie weit ich abrutschen darf. Jetzt zupft aber hier schon wieder gar nichts, ne? Bei mir schon. Ach, bei mir jetzt auch wieder. Ah, du musst noch Mecha. Eben. Ich hätte noch gern Uni. Ich habe noch gar keine Uni gefangen, ne? Das richtige Chai-Spiel ist das. Die Mecha-Taktik wird funktionieren. Ich werde jetzt gleich Uni hier rausziehen. Ist schon die nächste Ingame-Stunde, ne? Eigentlich könnten wir jetzt noch wieder einen fangen, oder? Ja, ich habe meinen verhauen. Meiner hängt. Vielleicht habe ich Glück. Und das ist er jetzt. Ach, scheiße. Das sieht gut aus. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall was Größeres. Also ich habe einen Forellenbarsch. Er läuft. Vielleicht sogar einen getüpfelten. Ja, ist ein getüpfelter. Jetzt kommt die nämlich noch dazu. Abends ab 19 Uhr beißen die scheiß Getüpfelten. Ja, das stimmt. Ich habe aber einen Flachkopf. Ich habe aber nur einen Zwölfer. Boah, der hat sich aber stark angefühlt. Ja, manchmal machen die echt Dampf. Da denkst du echt, du hast da einen Zug dran hängen. Und dann kommt da so ein ufernaher Jungfisch aus dem Wasser. 181. 15. Platz hat er. 181? Ja, gut. Ach gut, wenn die keine Unis mehr fangen, dann sind wir gut dabei, ne? Ja. Ich habe ja eben schon gesagt, erster möchte ich gar nicht werden. Dann sind die Ansprüche morgen zu hoch. Naja, du musst blöffen, ne? Du musst so tun, dass wenn du so 20. so mit Mühe in Not weitergekommen bist. Als wenn du gar keine Ahnung von dem Spiel hast. Und morgen... Genau. ...machst du richtig einen raus. Eigentlich wollte ich morgen aber erst um 20 Uhr anfangen zu streamen. Das muss ich ja schon wieder auf dem 19 Uhr, ey. Mit ne Scheiße, du. Ein seltsames Paar ist ein guter Film. Den kenn ich nicht. Kennst du den, Tim? Ne, den kenn ich auch nicht. Ich bin wieder aus der 60er. Ja, bestimmt. Gute Nacht, 10K. Nacht, 10K. Wenn du zupfst, aber ist wieder nix. Kaputt alles. Na doch, zupf, glaube ich. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, dass wir einfach bei den Flachkopf-Welsen geblieben sind. Scheiß auf die Blauwälde, ganz ehrlich. Ja, erst wollte ich, ja. Ja, vielleicht hättest du mit Glück ein Trophy gezogen, aber weißt du... Ja, aber dann hättest du bestimmt 20 andere noch gefangen. Ja. Also vor der Unizeit hättest du das versuchen können, ne? Aber so in der Unizeit auf keinen Fall. Ja. Oh, schon wieder verhauen, ey. Tim! 2 Stunden sind auch ein bisschen lange zum Konzentrieren, ne? Ja. Langsam lässt die Konzentration nach. Oh, beim Zupf sind auch wieder... Ja, nur noch neunter. Ja. Ich brauche jetzt mal wieder was. Die haben alle so ein Kilo mehr, die können ich mal wieder kriegen, in den Sitten. Oh, ich brauche jetzt mal wieder ein Trophy. Geschenkt. Geschenkt. Gehe weiter nach oben, Bremse. Gehe weiter nach oben. Was, der springt aus dem Wasser? Gehe weiter nach oben. Nein. Ah, wieder siebter. Bin wieder bei dir. Sehr gut. Danke, Franky. Bei mir hängt auch der Nächste. Mal gucken, was da das ist. Bremse geht. Mach doch mal den Frosch drauf. Äh, ne. Ich hab doch den Frosch drauf, Jungs. Wisst ihr doch. Oh, beim Zupf auch schon wieder. Ich hab doch nur den Krebs-Overlay. Nächster Fisch hängt. Aber das ist wieder ein kleiner, weil ich hier wieder ab. Leder, kein Trophy. Könnte da fast schon wieder. Aber die auch nur 13,6. Aber ich hab noch einen 13,1er. Noch gute 20 Minuten, Tim. Wir könnten das schaffen. Ja, sieht gut aus. Sollen wir uns so halten? Ja. Könnte klappen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast einen Krebs gefangen. Krebs sind echt eine Plage. In echt, da fängst du ja nur noch. Also bei uns hier ist das ganz schlimm mit dem Wollernkrabben. Wobei, letztes Jahr ging es sogar. Aber da fordert ja, du könntest einfach nicht angeln. Du hast jedes Mal eine Wollernkrabbe dran gehabt. Da haben wir gar keine Probleme. Ehrlich? Mal gar nichts. Boah, hier ist halt echt die Seuche. Bei uns sind die zwar drinnen hier, so ein paar, aber... Ja, wollte ich sagen, das ist auch das NLW, ne? Ja. Was hast du für Gewässerkanal ist bei euch, oder was? Ne, wir sehen. Große Baggerlöcher. Ja gut, ja, da komme ich ja nicht rein, aber durch die ganzen... Weil die halt durch die Schiffe vom Rhein kommen. Und die ganzen Kanäle hier und die Lippe, die sind halt direkt hier im Rhein angeschlossen. Ah, ja, klar. Ja, das ist unglaublich. Ja, wir haben ja nur die Ruhe hier. Aber die ohne H. Die ohne H. Ah, bei uns ist die mit H. Ja. HGZ. Noch mal einen Dicken, oder was? Noch mal einen Trophy? Ja. 19,6, nice. 14,4, 4. Ah, jetzt solltest du mich überholen. 13,9, den kann man noch freilassen. Vierter. HGZ. Was gibt eigentlich morgen für einen dritten Platz? Da gibt es keine geile Route, ne? Doch. Ich meine, die ersten drei kriegen die gleichen Preise, nur die Baitcoins sind weniger. Weil so eine Route hätte ich gerne. Das muss ich zugeben. Danke, Franky. So, wie sieht es jetzt aus auf Crappy? Ja, könnte ich eigentlich machen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass in den letzten 20 Minuten noch so viel über 207 Kilo kommen. Also ich glaube, das ist auch nicht. Bei mir ist halt gar nichts mehr. Ja. So läuft das manchmal, ne? Manchmal so Glück, manchmal so Pech. Manchmal gewinne die anderen. Manchmal du. Ja. Aber dann sind wir aber... Warst du letztes Mal auch im Finale bei dem Crappy-Turnier? Ja, da war ich auch im Finale. Guck mal, da war ich schon. Bin ich Platz 9 geworden. Beide Turniere nacheinander im Finale, ne? Ja. Da haben wir richtig abgeräumt wieder. Auch wenn ich ja letztens nicht gespielt habe, das Finale. Ja, leider. Aber wir konnten dann wenigstens nicht letzter werden. Ja, richtig. Aber da gab es noch nichts. Ohne Witz. Die Rusche, die hat mich halt gar nicht gereizt, ne? Ja, die ist auch nichts gewesen. Weil die ist es halt nie. Aber so ein Capi ist cool. Chris Brown für den Sieg dann, ne? Ja, Sieg und dritte... Ersten 3, ja. Ah, ja. So, bei mir tut sich aber nichts mehr. Ne, bei mir auch nicht. Gerade tote Hose hier. Ah, doch. Muss nur motzen, aber das ist was Kleines, glaube ich. Ich habe mir eine Waterwolf-Kamera geholt. Richtig geil. Man sieht, was die Fische unter Wasser mit den Köder machen. Ja, das glaube ich. Aber ich hätte Angst, dass ich das Ding versenke. Für mich ist das alles nichts. Ich kenne mich da. Ich treffe da genau die Feldspalte, wo das Ding nie wieder rauskommt. Und da muss es halt tauchen gehen. Und? 14, ah. Immerhin. Leicht für mich? Nicht ganz, ne? Ne, hinter dir. Ja, ich habe das 2,7 Kilo oder so. Du brauchst ein Trophy. Ne, Unique. Unique, ja, das auch. Hier fängt man ja nichts. Ich habe doch gar keine Uni gefangen heute. Ich auch nicht. Richtige Chai-Spiel. Wie man sowas spielen kann, ne? Ich verstehe jetzt nicht. Oh, Biss. Ich sage doch, ob das klappt. Ich möchte mal jetzt gerne auch die Uni hier dran haben. Aber das sieht nicht nach einer Uni aus. Oder? Ja? Jetzt geht da eine Bremse. Was macht er da? Ah, ne, Uni ist das glaube ich nicht. Vielleicht ein Schoff hier, aber auch eher, eher normaler. Vielleicht so ein Zwölfer oder sowas. Ah, 13, äh, zwölfer. Elf. Dann lassen wir den mal frei. 16 Minuten noch. Wir sind immer noch Top 5. Alles gut. Ja. Kamera, was hatte ich auch. Aber das Ding sitzt gut drauf. Brauchst halt eine Rutsche mit 150 Gramm Wurfgewicht. Du merkst auch kein Bits mehr vom Rotauge, wa? Nee. Tja, da hat Anna wohl nicht geübt hier, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Ab 19 Uhr ist auch mein Friends, brechen die da einfach so dermaßen ein. Ich weiß nicht, ob das in den Nebel ist oder sowas hier. Keine Ahnung. Ah, das habe ich auch gehabt. Ich habe auch runtergestellt, jetzt geht das. Ja, sobald du, ich hatte davor auf Fantastisch stehen, da ging halt gar nichts. Da ist von 60 Frames auf 20 runter. Wenn du jetzt so krass Wurkler gehabt, dann hast du eine Stufe runtergestellt, da hast du wieder 60 Frames gehabt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Naja, guck, jetzt haben, die haben alle das Problem. Wir müssen mal die Grafik runterstellen, dann läuft das wieder. Ich habe Zubler. Da beißen die Fische, so ist es. Ich habe mal gar keinen Unique gefangen, jetzt machen wir voran hier. Bei mir zuckt es auch wieder. Ich glaube, in der Schweiz gibt es gar keine Unis. Nein. Das ist einfach, einfach ein richtiges Witzspiel. So, der hängt. Ich meine, er ist weg. Ich habe ihn verjagt. Er war kein Unique. So, meinst du? Ein Fisch wurde gelöscht, einfach so. Ja. Wann kommt's Giveaway am Ende, Jungs? Ganz ruhig, ich muss mir meine Zeit nutzen, damit ich noch einen dritten Uni fangen. Wenn schon, denn schon. Da hängt der Nächste. Ah, da haben wir noch einen. Oh, ich habe einen getüpfelten Trophy haste. Nice, geht's set. Danke. Jetzt hast du mich wieder überholt. Jetzt bin ich wieder... Jetzt haben wir Platztausch gemacht. Ah, ich habe getüpfelten. Platz 3. Ja, guck mal, sogar ein Froschsmiley gibt es. Jungs, ich will den Froschsmiley im Chat sehen. Also, ich habe noch einen normalen, danach sind alles Trophys. Oder Unix halt. Die ich noch nicht gefangen habe. Ja, wenn du dann noch den einen Trophy hast, dann kannst du fast Platz 1 sein, oder? Nee, wobei, du brauchst einen schweren Trophy, glaube ich, ne? Weil das ist ja normaler noch. Der ist ja auch schon 14er, oder? Ja, der ist 14er, ja. Nee, ein Unix, würde ich sagen. Also, ich könnte jetzt mal einen fangen. Nice, da kommt der Froschsmiley. Oh, ich habe wieder den Bug. Ich bin wieder zu weit gezogen. Der kommt mit dem Schleimsmiley. Ich habe schon 10 Trophys, aber kein Uni. Tja. Nur die Guten fangen halt die Unis, ne? Ja. Oder zwei. Ja, oder zwei. Zwei fangen nur die Besten. Und morgen sitzt man im Finale fangen, gar nichts mehr. Ja, wahrscheinlich. Nice. Da kommt der Frosch. Ach, ich habe schon wieder den Bug. Ey, jetzt habe ich hier richtig die Kacke am Dampfen. Komm, jetzt hobbelts wieder. So, ich könnte nochmal einen Unix vertragen. Ja, ich würde auch einen nehmen, also so ist es nicht, ne? Da seien die Nile. Da mache ich mit. Sind das immer noch 15. Da ohne Uni. Da siehst du mal, was die unten fangen. Die fangen nur Käse. So, der hängt. Mal gucken, was das ist. Oh, ich habe einfach kleines zu. Aber so viel tut sich hier auch nicht mehr, ne? So von den Rängen her. Nein. Also wird nicht mehr so viel gemischt. Oh, 12,3. Das war nix. Das war ja nix. Eigentlich könnte ich hier mal meine geile Dönerpizza essen. Da kalt ist es doch jetzt eh. Ja, da kann es von ausgehen. Aber hier tut sich auch gar nix mehr. Kein Zupfer, kein... Doch, jetzt kommt ein Zupfer. Muss ich erstmal sagen, dass hier nix tut. Ja, dann klappt das. Und da ist der Biss, aber ich habe einen Verhauen. Was eine Scheiße. Oh, scheiße. Das war der dritte Uni. Einfach verhauen. Uni-Pizza, ja. Uni-Pizza, die jetzt auch gerne. Weil ich habe schon das Wichtigste, habe ich schon abgecheckt in der Wohnung. Das ist der Pizzadienst, ne? Haben wir direkt abgecheckt. Von der ist voll der Geile. Der hat einfach Pizza. Chinesisch, mexikanisch, Burger. Was weiß ich. Der hat einfach alles. Und du eigentlich denkst, das kann nix sein, wenn er alles hat. Ja. Gibt das ja nix, aber da ist einfach alles richtig geil. Ich fange nochmal hier irgendwas Kleines. Oh, getüpfelten Welz. Jetzt bin ich zwölfter, wie geht das denn? Hast du was gefangen? Nee. Nee, hier, der Sinto schreibt. Ich schattet gerade von 15 auf 12. Also. Da hat bestimmt einer was freigelassen. Oder hätte noch einen größeren Profi gefangen. Ja. Ja. Neuer Auswurf. 20 Kilogramm. Ja, hat Pantoffel bestimmt. Deine Nachbarin zum Essen eingeladen. Zum Pizza essen. Und die hat man auch gleich zum Pizza essen eingeladen. Ja. Allerdings hat er gesagt, Nachbarin, komm rüber, geh Pizza. Hast du gesagt, alles klar, ich hab bei. Mit Pizza kannst du jeden kühlt haben. Das ist immer. Ja. Das ist richtig. Der nächste Zubbler. Ja, ich hab jetzt leider die ganze Zeit wieder in den Scheiß-Baket mit meinem. weit gezogen. Letzte 10 Minuten, ich rück dir die Daumen. Vielen Dank. Wird schon gut gehen. Immer noch siebter, tut sie mir mehr so viel. Ja, jetzt geht da eine Bremse. Da will wohl einer Erster werden. Ich dachte, wir machen hier ein Understatement und du gibst dir direkt wieder Vollgas. Ne, ne. Aber ich bin ja schon Platz 4. Was ist denn jetzt los? Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, klar. Das war doch nach deinem Trophy. Hast du mich überholt, da bist du da direkt. Was will ich sagen? Mehr als eine Uni. Ah, da haben wir noch eine Uni. Wenn du einen Haken bekommst, dann läuft das. Oh, einen Trophy hast du. 18. Äh, Trophy, meine ich ja. Dann bist du jetzt Zweiter, wa? Ich hab schon mal hier zu weit gezogen. Ne, Dritter. Dritter? Ah jo, stimmt. Der erste an 18. Waren ja nur 4 Kilo. Unterschied zum anderen. Ich hätte auch noch gerne einen Fisch hier gefangen. Freunde, was ist da los? Aber ich muss den Bug besiegen. Ich glaub, ich mach die letzten 5 Minuten, mach ich nochmal einen Frosch. Nochmal zur Feier des Tages, würde ich sagen. Oh, Fisch hängt. Gucken wir, was wir da rausziehen. Ja, ist auf jeden Fall oben in der Spannung. Könnte ein Trophy werden, aber geht nicht in der Bremse. Ist wahrscheinlich normaler. Okay, geht ein bisschen in der Bremse, aber nicht genug, glaub ich. Ja, ist ein normaler 12. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ah, genau, da kommt der Frosch-Smiley. So ist es. Irgendwie, was sind die 5 Minuten nicht da? Einen muss ich noch hier mit... Ach, scheiße, hab ich den Wurf direkt verkackt. Geht sogar fast, ne? 37 Meter. Lassen wir jetzt erstmal. Bis zu den 5 Minuten lassen wir den jetzt so da stehen. Und dann hauen wir den Frosch nochmal richtig heran. Und dann werde ich den Uni noch... Den dritten Uni mit dem Frosch fangen. Ihr werdet es sehen. Und warum schreiben die echt ganz das hier in meiner Scheiß... Ich hasse WhatsApp-Gruppen, ne? Ja, die sind nervig. Aber du kannst sie ja jetzt leise machen. Also ausmachen. Einzelt. Aber hab ich ja nicht. Na, das ist schlecht. Was schreiben sie denn? Du jetzt zu Ende heißt... CS dann... CS... Okay. Also ich wäre dabei. Oh. Bis. Geschenkt. Ah. Ja, geht auch wieder nicht hoch genug, oder? Das kannst du echt immer schwer einschätzen, ne? Weil manche machen halt so wirklich richtig Dampf von den normalen. Und dann sind die so klein. Eben. Und die Trophies sind dann da manchmal... Ziehst du was im Wasser wie sonst was. Ich mach gleich so lange, Dami hat es ein bisschen auf, wieder bei Pizza zu reden. Okay, das gefällt euch schon noch. Get set. Trophie oder was? Ja. Nice. 18,8. 14,4. Haben wir noch zwei Stück von. Nehmen wir den hier weg. So. Auch wieder ein Sechster. So, jetzt kann ich aber hier mit... Komm. Das Finale mach ich jetzt mit dem Frosch. Klar. Ne? Was soll's, ey. Wenn ich jetzt noch rausfliege, dann hab ich mir verdient. Ach. Nicht mit 212 Kilo. Danke Jungs. Vielen Dank. Oh, guck mal. Da ist schon direkt der erste Fisch gewesen, mein Frosch. Hab ich aber, glaube ich, weggezogen, oder? Ne, ist noch da. Ne, ist noch da. Ist noch da, Jungs. Der zupft auch schon. Sag euch, der Uni mit dem Frosch. Der wird es werden. Komm. Nimm ihn. Wieder weg. Ist weggeschwommen. Ah, ich hab's auch blau. Kabelwälz, Göder. Jetzt zum Finale. Danke, Frankie. Nächstes Mal bist du bei der Wetter dabei, ne? Danke. Ah, ich hab den Nächsten. Geht in die Bremse. Bei den dritten Uni. Ah, kann man schwer abschätzen. Ach, fuck. Köder zu weit gezogen. Dann müssen wir mal schnell reinholen. Das gute Ding. Kommt hier noch Colossal oder eher nicht? Jawohl. Im Anschluss. Ans Turnier. Ah, nur 14 Kilo. Jetzt wird der Größen wahnsinnig. Nur 14 Kilo. Richtig enttäuschend. Ja. Das ist nicht so weit überhaupt hier in dem Wasser schwimmen lassen, ne? Eben. Mein Gott. Unglaublich. Unglaublich. Ich komm aus Nordrhein-Westfalen. Das ist doch. Kölner Raum. Schon immer. Ja. Ja, Kölner Raum. Geben wir am Ende des Streams. Nee, nicht am Ende des Streams. Am Ende des Fishing Planet ging ins Halbfinals. Aber am Ende vielleicht noch mal eins. Oh, ich hab'n bisschen. Oh, ich hab'n bisschen. Uah. Ich hab'n noch bekommen. Ich hab'n paar mehr Keys, Jungs. Keine Panik. Ist da ja auch eigentlich Multiplayer-fähig? Ja. Oh, cool. Ab morgen kommen die Koop-Folgen. Jawohl, Bandoffel. Ja, nice. Ich wollte einfach mal zeigen, dass ich auch die Kleinen fangen kann. Achso. Musst ja nicht immer die Großen hier fangen. Ist halt der Frosch. Mit dem Frosch, da fängst du auch mal die Kleinen. Verteilst du ja armer Tim? Kees für was? Für Finding Bigfoot. Finding Bigfoot. Hab' ich noch ein paar Keys rumfliegen vorhin. Fünf Stück verlose ich grad schon auf YouTube. Da könnt ihr nochmal abchecken, falls ihr da noch nicht gesehen habt. Und zehn Keys hab' ich noch so. Die werd' ich aber nicht. Ich werd' heute zwei verlosen. Und dann die nächsten Streams über nochmal ein paar Keys raushauen. Also morgen. Morgen auch, ja. Und schon wieder der Bug. Aber zwei Minuten, Tim. Ich glaub' wir sind durch. Ich glaub' es auch. Würde mich wundern. Ich hab' was besseres als so nen Key. Aber den würd' ich auch noch nehmen. Ja, Nightwalk hat nämlich das geile Mauspad gewonnen, Jungs. Achso. Okay. Aber er zubbelt nur noch bei mir. Da kommt nix mehr. Ich bin schon wieder Vierter. Und du bist Zweiter, weil die alle die Fische auspacken. Wenn jetzt Ende wär, wär' lustig. Ja. Das ist jetzt voll kurz weiter für mich zu schreckhaft. Ja, warte ab. In dem Video morgen hab' ich mir auch in die Hose geschissen. Aber richtig. Da werdet ihr männliche Schreie hören. Hochfrequentierte männliche Schreie. Ich bin immer noch Vierter. Was ist denn da los? Kann doch nicht sein. Ich bin auch Zweiter. Ja, die sind zwei Stück rausgegangen oder so. Oder drei. Disqualifiziert. Die haben bestimmt gehackt. So sind die. Kann auch sein. Oder einen falschen Fisch weggeschmissen. Boah, Alter, das wär ärgerlich. Aber mir zuftet doch mal 48 Sekunden. Kann der Frosch nochmals die Uni empfangen am Ende? Dann wär' ich, glaub' ich, Erster mitten im Uni. Oder Spiele abgestürzt. Überleg' mal, so wär das morgen. Dann bist du Zweiter, Tim. Ja. Aber das war ja viel zu viel. Wir wollten noch Zwanzigster werden. Eigentlich schon. Und jetzt? Sind wir ja Zweiter und Vierter. Boah, ich will morgen aber nicht Vierter werden, ne? Dann heulich. Wobei Vierter kriegt's auch genug Geld, ne? Ja. Na, weiß ich gar nicht. Ich glaub' die ersten Zehn oder so. Die ersten drei vier. Ich weiß das auch nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. Hab' ich noch nie mit befasst, weil ich noch nie mitgespielt hab. Glückwunsch alle, die weiter sind. So ist it. Glückwunsch alle, die weiter sind und im Stream sind. Noch fünf Sekunden. Wenn mir jetzt hier gleich mal ein Fisch-Ablieb aussieht. Aber irgendwann ist ja echt schiefgelaufen jetzt am Ende, ne? Ja, ist Ende. Können wir den Fisch hier noch fangen? Ach komm, ich hol rein. Was soll's. Nice. Sind wir auf jeden Fall alle weiter. Geht's, Herr Tim? Ja, geht's, Herr Pantafel. Geht's an alle, die im Stream dabei sind und auch im Halbjahr gezockt haben und weiter sind. Und dann, äh, sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder um 18.50 Uhr. Aber, Freunde, nicht abschalten. Geht der gleich weiter. Kein Problem. Tatsächlich 2,2 Vierter geworden. Also, irgendwann am Ende echt gepennt. Geht's, Herr Tim.